so wir beginnen mit unserer ersten wochen mal wohl play runde und ich begrüße den caesar und den perso ist willkommen guten abend so wir müssen erst mal wieder reinkommen als erstes bevor wir unsere charaktere vorstellen müssen wir erst mal zwei dinge klären und zwar das war der sold und was ja genau wo wir die erfahrung eintragen sollen ob wir das wieder im rang system machen oder ob wir das jetzt bei finanzen und eintragen sollen ich würde sagen dass mit erfahrung das klären wir jetzt erst mal ja was meint ihr ich also ich habe da nichts dagegen wenn wir unsere erfahrung beim rang system wieder eintragen ich habe da auch nichts gegen was war das dieser mich würde sagen ich auch nicht okay okay gut gut dann tragen wir unsere erfahrung beim rang system ein ist denke ich ganz praktisch gut ja das zweite war der sollte ich genau und sie sagt du hattest ja geschrieben du fängst als soldat dann ich würde dich jetzt aber gleich als er ist es gleich von beginn an der kampagne auf der hauptmann aufsuchen weil ein einfacher soldat der könnte jetzt kein kommand an spielen spielen ja du hast soldat geschrieben also ich mache die gleich vom beginn an zum hauptmann ist denke ich okay na ja passt gut ja was würdet ihr denn sagen so also ich bin jahre jäger hauptmann und diese ist ja hauptmann ach ja gut okay du hast ja nein du hast ja kein solltum bei dir ist es ja noch auftragslage du bist ja kopfgeldjäger richtig genau ja was würdest was würdet ihr sagen bei mir und also bei mir sind diese sind diese jagdhauptmänner teile der richtigen armee oder teil der miliz weil die miliz weil die miliz kann ich mir vorstellen wir den schlechteren soldat haben als die richtige armee also ich bin ja rang jäger hauptmann ich würde schon sagen der ist also ich bin ja aus der land ich würde schon sagen der ist teil der richtigen sterl denn nicht schon armee außer jetzt so bei kleinen einzelnen jägern also so örtliche jäger würde ich sagen das sind die milizen aber ich habe geschrieben ich bin jäger hauptmann ne gut ne gut dann richtiger mir auf jeden fall ja also ja zieser nicht wissen quasi hauptmänner ja was würdet ihr da so sagen haben sollt ihr musst du dir belegen wie werden wir das damals gemacht mit dem soldat ich glaube überhaupt manchmal mit zehn oder fünf zehn gold kronen das raus so eine summe irgendwie ich weiß gar nicht genau das können sein ich weiß es leider nicht mehr das ist schon zu lange her also schlägt jetzt vor 15 oder 10 oder 10 15 20 ich weiß nicht 20 muss schlägst du vor zieser ich meine dass die land würde es halt schon passt genau genau das ist auch noch mal so ein ding ist der land ist die ämste provinz ich glaube die könnten nicht so viel sollte auszahlen wie osmarker die haben ja auch also osmarker ist zwar nicht so dermaßen ich weiß es gar nicht gut wie den vielen mooren und so weiter ja das stimmt schon aber es steht halt in der lohr auch so dass der land am ärmsten ist und die tropen aus der land ist auch bekannt dass die auch die schlechteste ausrüstung haben genau das habe ich auch in meinem charakter ja auch reingeschrieben wie du ja gesehen hast ja genau also von daher würde ich jetzt mal vorschlagen der teaser bekommt für seinen hauptmann 15 gold und ich bekomme für meinen jäger hauptmann aus der land 10 gold ja ich habe ja kein sollte man ist ihr auch zustimmen aber da ist je nach auftragslage entscheiden denke ich ja aber eben mache ich das je nach auftrag das stimmen schon hast recht ja dieser dann trag mal bei dir ein 15 ich muss bei mir 10 blablabla wer wieder später übernommen übrigens besser ist seine retweetet ist immer doch nicht angenommen wo das gesehen ich ich habe es gesehen und ich weiß nicht warum das war gerade irgendwie so eine zeit wo steam extrem rumgepackt hat ich habe da auch einige news gesehen hier bei aktivitäten dass dann alle kommentare nicht zugelassen worden sind ich glaube es hat damit was tun aber das kuriose ist ich kann den tweet auch nicht löschen wenn ich da jetzt auch schon klick ich habe es aufprobiert zu löschen dieser das ding hätte irgendwie so eine zeitschleife fest das ist da aber auch nicht genau ja aber es ist jetzt wurs wir haben wir jetzt den alten steckbrief reaktiviert jetzt richtig den brauchen wir ja bevor wir dann loslegen wer möchte dann sein charakter zuerst vorstellen freiwillige vor uns mache ich das ok ich fange an also ich spiele lothar kettler ist 40 jahre als jäger hauptmann aus der land kommandant im spiel ist der jäger general habe ich einfach mal so genommen weil hat glaube ich noch nie von uns einer gespielt ja ich wollte jetzt nicht den standard kann man dann den hat glaube ich hier beide nach den fälzern ja ja habe ich ja und auf den hatte ich jetzt nicht so wirklich bock ich meinte kann natürlich ein hippo greifen bekommen wir nicht um gar kein rat hier spart natürlich dann aber geld 1 91 aussehen kurzen frauen es war kurzer vollbart und eine jägeruniform wie gesagt dazu gleich schon mal dies ins der land stil also ein bisschen ja 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 eltern habe ich keine mehr die sind alle beide tot geschwister habe ich den schön geschwister habe ich den wilhelm und der wilhelm das war immer er der schwertkämpfer und das ist eigentlich der der sich auch um den hof kümmern sollte und der gute wilhelm der ist 31 jahre alt er trägt kein bart eine alte zerrumpelte rüstung mit alter uniform und die stiefel des vaters passt das hier und ist aktuell hauptmann und unten habe ich auch irgendwo geschrieben dass an derzeit den wurbad stationiert ist ja bewaffnung habe ich mich und spielgericht wird schwertfeil und bogen und sonstiges kommt aus arm verhältnissen wie gesagt ist er stolz auf sein land aber und ist stur und genießt gerne ab und zu mal wieder also per so ist dann gerade so im bezug wirst du da dann eventuell deine schwierigkeiten haben mich daraus zu bekommen ja da zeige ich dir schon mal so wie das ist ich habe schon eine lösung gefunden dafür ja in der land gibt es ja auch so einige welchen deswegen habe ich mich da jetzt nicht nur auf sigma beschränkt sondern auch auf mit den göttern jetzt aufgewachsen ist der gute loter kettler in siegfriedhof und seine eltern hatten da ein hof ja und das eben habe ich schon erwähnt dass loter mal der bessere schütze war und willhelm der besseren nahkämpfer es gab allerdings mal ein wagt der grün heute aus den grenzkraft schaffen der reich so hoch bis nach aber land und stirland und bei diesem mark sind die eltern ums leben gekommen unsere loter kettler war eben halt zu dieser zeit gerade woanders stationiert oder war irgendwo am kämpfen gegen grün heute der bruder der versucht den guten loter kettler zu beschützen hat es aber leider nicht geschafft und ja danach wir sagen der gute loter kettler erstmal wie soll ich sagen naja ist auf jeden fall erst ein bisschen abgerutscht ist sein dienst nicht mehr nachgekommen er ist einfach total weggetreten er hat sich dem alkohol dann verschriebene zeit lang ist dann aber aufgrund einer schlange ja wer sollst du weißt wen wir mit schlange mein ja klar man ist ganz klar und aufgrund dieser schlange die mit ihm reden konnte ist wieder so ein bisschen bei sinnen bekommen aber diese schlange die hat ihn auch manipuliert und zwar hat sie eingeredet oder beziehungsweise sie hat ihn so manipuliert dass der gute loter kettler jetzt glaubt dass der wilhelm aus irgendwelchen gründen die ich jetzt nicht weiter erläutert habe da hast du ein bisschen spielraum dass der gute bruder die eltern ermordet hat und nicht die grün heute loter dient inzwischen wieder dem achten jäger regiment und hat es im rang eines jägerhauptmanns geschäfte seinem bruder hatte ewig nicht gesehen er weiß nur dass er noch in wordbad dient der schlange begegnete hin und wieder mal also ich hab dir da auch ein bisschen spielraum gelassen ja ja und ja noch mal kurze erklärung per so das ist mein gruppenleiter und ich bin der gruppenleiter für per das war ja und das war soweit mein charakter jetzt wer möchte als nächstes da mache ich weiter okay genau also mein charakter ist der werte ralf assing ist ein 36 jähriger mann aus nullen der erst seit kurzem kopfgültiger ist und er ist halt 187 groß und genau als kommandant nehme ich den feldte an da muss ich jetzt ein bisschen improvisieren aufgrund der bewaffnung weil dies ein bisschen anders aber die bewaffnung werde ich eher mehr so roleplay mäßig nehmen zum teil kein problem genau vom aussehen her auch kurzes in dem fall dunkelblondes haar gepflegter kurzer bart was bei ihm halt auffällt ist dass er sein rechtes auge nicht mehr ganz funktionstüchtig ist es irgendwie da eine augenklappe trägt und sonst zieht er sich eher an wie ein ja ich sag mal klassischer kopfgült jäger oder jemand der halt nicht unbedingt groß auffallen möchte manchmal in einer stadt wie nullen und ja seine eltern dem zum teil noch der vater ist hermann assing der ist ein technikus an der akademie nullen und bringt er halt immer noch kleinen jüngling jüngling bei sich nicht mit schwarzpilver umzubringen wahrscheinlich und die mutter ist verstorben und dann gibt es noch eine schwester die ist halt dienerin im schloss der kurfürstin und was sie da macht das weiß der lieber ralf nicht weil er einfach keinen kontakt mehr zu der schwester hat was aufgrund der vergangenheit aber begründet wird und er hatte auch einen bruder er ist aber verstorben und wurde wie typisch halt in nullen von irgendeiner verbrecherbande getötet weil nullen halten kleines korruptionsproblem hat ja das stimmt auch gerade so mit ihm und so und also nicht nur scaven mäßig sondern es gibt auch viele banditen und so ist klar ja wenn du das halt sehr viele sehr viel korruption in allen kreisen nullen und deshalb gilt nullen nicht umsonst als korruptes stadt im imperium und genau die bewaffnung von ihm ist halt ein schwert und zwei pistolen die pistolen sind in dem fall mehr als roleplay element und ja das schwert kann man ganz gut auch in der schlacht halt nutzen bei den eigenschaften bin ich simpel geblieben er ist halt einfach ein ganz guter verfolger er mag oder er misstraut magiern und wird deshalb da bevorzugt halt gucken was die machen ist aber geduldig häufiger intervern zu finden aber mehr beruflich nicht aufgrund des trinkens und er ist ein recht reumütiger mensch weil seine vergangenheit dann doch recht dunkel ist und deswegen glaubt er auch in sigma und verena weil er gerade in seiner besseren phase wieder ist warte mal kurz verena das war die göttin der justiz und rechenschaft ja genau richtig ja und deshalb ist er halt in dem sinne gewandelt hatte vorher andere anhalt geglaubt typische verbrecher halt ja schon klar und eigentlich kommt er halt aus guten verhältnissen weil der vater halt technikus war und deswegen eigentlich familie halt immer gut versorgt war und auch bildungstechnisch gar nicht schlecht da stand und er wäre auch beinahe halt lehrling an akademie geworden doch dann hat der tod der mutter halt dafür gesorgt dass ja er selber auch eine art depression viele und andere wege suchen musste und vor allem hat der vater sich hat auch nach dem tod mehr um die arbeit gekümmert als um die familie aber er ist nicht so alkoholiker geworden wie lothar nein er ist einfach nur rebellischer geworden in dem sinne weil der vater nichts machen wollte und genau dann so mit dem jugend als eigentlich die ausbildung anstand oder im berufsfall anstand ging es halt damit los dass er halt in so diese kriminellen kreise von nullen abrutschte weil muss ja geld verdienen und ja man möchte halt einen job haben der auch gut geld einbringt und da war die wahl halt recht leicht für ihn nach dem motto kriminelle kriminelle taten sind immer lohnenswert in dem sinne und ja dann hat er halt nebenbei immer so verschiedene aufträge gemacht die halt alle verboten waren halt von raubbefällen bis die diebstahl halt was halt zu macht in nullen ich hatte noch eine frage und zwar hatte gute ralf sich auch den glücksspiel eventuell ein bisschen verschrieben du sagtest ja sann halt ja ja hatte er ausbringlich genau das woche fahr so von würfelspiegel da waren wir so die spielhülle angesagt und letztlich auch eine zeit lang gut und die familie hat doch nichts davon mitbekommen hat nur gemerkt er arbeitet und bringt geld und da war glücklich nur irgendwann wurde er halt dabei erwischt als seine schwester halt ihn mal draußen gesehen hatte und erkannt hat und da wurde halt gerade erwischt als er den mann aus raubte natürlich hat halt die schwester es halt erzählt und der vater war halt sehr erfreut darüber und seitdem ist zwischen ihm und der familie halt eine recht große bresche weil sie ihn halt immer noch für einen verbrecher halten also er freut den klammern eben genau er freut den klammern weil die familie halt ihn sehr sehr gering hält und ja genau dann kam er wieder zurück nach hause und da wurde halt auch schon bei der stückwache empfangen und hatte dann auch erstmal schon eine lange zeit im kerker von nullen wie lange habe ich jetzt nicht reingeschrieben ich weiß ich habe lange geschrieben weil über den ganzen taten hier wohl gemacht hat sitzt man wohl lange weil man nicht sogar pech hat und sterben kann und wir hatten wir halt lange im kerker und als dann halt irgendwann raus kam ganz viel so eine art räumtige phase kann man nennen und er hat so gemerkt es hat sich nicht so ganz gelohnt diesen weg einzuschlagen und so kann ich nichts werden und dann hat er halt komplett die seite gewechselt und ist halt kopfgeleger geworden einfach weil er gemerkt hat die korrupt nullen ist und dass man halt keinem irgendwie vertrauen kann und seitdem ist halt sein ziel hat einmal ja die seine ehemaligen verbrecher kollegen halt zu jagen und zu stellen am liebsten tot und ja dann noch als zweiteres hauptziel halt einfach das verhältnis der familie wieder aufbessern was bisher noch nicht gelungen ist ja auf jeden fall auch ein sehr spannender charakter und dann haben wir zieser heißt sein charakter wohlfahrt oder oder wohlfahrt ich hatte den nachhinein noch mal geändert und ich kann irgendwie das passt irgendwie doch ein bisschen besser zu der zeit in der wochen er spielt ich denke ich habe punkt gesetzt und ja was gibt es zu meinem zwergutroß eigentlich zu erzählen ähm ja sein name ist wohlfahrt böhm ähm er ist 27 jahre alt ich weiß nicht ob jetzt die größe eine wichtige rolle spielt dass ich heute für die mithaben oder soll ich die einfach weglassen nö ist egal ja er hat kurzes rolle das haar ähm kurzen vollbart und was für den ostmark vielleicht ein bisschen untypisch ist äh ne typische auch imperiale kleidung ähm meistens tragen ja ostmarker eher mehrere schichten kleidung übereinander weil es halt doch ein bisschen kalt ist ähm ja was gibt es auch zu erzählen ähm er hat drei geschwister wobei er zu seinem an meinen älteren Bruder und zwei jüngere Schwestern wobei er zu seinem älteren Bruder eher wenig bis gar kein kontakt ich muss mal kurz an das da gucken der war Hexenjäger geworden genau ähm ihn eigentlich relativ wenig sieht aber dadurch dass er Hexenjäger ist was in Ostmark eigentlich recht häufig vorkommt dadurch dass er halt an Silvania ähm an Silvania angrenzen und ja er hält gilt auch für seine Schwestern für seine Schwestern so viel Kontakt hat er ja zu denen gar nicht zumindest jetzt in letzter Zeit nicht deswegen hab ich jetzt erstmal aufgelassen was die momentan machen ja kann man die ändern also wie ich dich kenne nachher kommt da wieder irgendwas vergangen das komisch mehr darum ähm ja ähm seine Eltern beziehungsweise ja doch er seine Eltern so hab ich's ein bisschen aufgebaut ähm gehörten eigentlich erst dem ähm niederen Adel an wurden aber durch Intrigen und dergleichen ähm also offiziell überfallen im Nachhinein die sind beide tot ne ja genau ja also ich hab extra in Klammern gesetzt damit man da Spielraum hat weil es könnte ja auch eine Intrige dahinter stecken ähm dadurch wo sind er und seine Geschwister im Waisenhaus aus ich hab weiß noch geschrieben wie hab ich ähm und ja das Anwesen oder das Haus der Familie gibt es zwar immer noch aber es ist halt mittlerweile ziemlich verfallen er kommt da eigentlich auch an sich nicht mehr großartig hin ähm an sich hatte er eigentlich eine recht humane Kindheit äh und machte später sogar erste Ausbildung als Zimmermann was in Ostmark eigentlich relativ häufig vorkommt ähm da diese meistens für beispielsweise ähm Säge und so weiter zuständig sind und da ja relativ also das Thema Tod spielt ja in Ostmark sowieso ne große Rolle und weshalb er dann in diese kleinere Schiene reingerutscht ist hat die zweite war auch beendet ist dann aber danach zum Militär gegangen und ist dann ähm er Soldat gewesen äh Anwärter gewesen dann Soldat und dann jetzt halt Hauptmann äh das Anwesen das war nicht direkt im Bechafen sondern in einem Nebenort ne ja ich hab's außerhalb geschrieben wo es jetzt genau liegt hab ich jetzt glaube ich gar nicht mehr aufgeführt äh äh ja genau äh nochmal ein kurzer Hinweis bei Ostmark sind schon einige Orte zerstört da müssen wir ein bisschen aufpassen ja ja deswegen hab ich's glaube ich auch erstmal aufgelassen meine ich genau seit ich den Charakter geschrieben hatte äh ja sonst noch hab ich irgendwas vergessen mhm ach ja genau sein Charakter ähm 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 ja er ist eigentlich ein recht subtiler Typ auch ein bisschen unvorhersehbar ist allerdings ein bisschen voreingenommen gegen Menschen aus anderen Teilen des Imperiums ist eigentlich ein recht pragmatischer Mensch wenn's darum geht also er redet nicht so dermaßen um den heißen Brei herum dann zu seinem Vorlieben vielleicht noch ja das Leben das Leben ne die Liebe zum Leben beispielsweise also er wird vermutlich nicht einfach so sein Leben wegspeisen wenn's nicht unbedingt nötig wäre ähm ja Wodka Tanz beispielsweise und aber auch zu Pferden ansonsten ist er halt auch noch ein bisschen typisch Ostmark etwas mürrischer Typ und ein bisschen theatralisch da die Menschen aus Ostmark ein bisschen dazu neigen ähm vor allem beim Thema Tod ein bisschen zu übertreiben und ansonsten ja da ich jetzt nicht direkt über den Glauben gefunden habe hab ich jetzt einfach las genommen was eigentlich am häufigsten im Imperium vorkommt ähm mit dem Thema Segbar ja ansonsten ach ja genau sollte ich noch was zu den Eltern sagen oder möchtest du gerne machen ja ähm ja wie gesagt ähm seine Eltern waren halt wiederer Adel das hatte ich glaube ich das hatte ich am Anfang ja auch schon mal gesagt ähm dann allerdings kam das eher von der Seite des Vaters aus seine Mutter kommt aus Ostland woher er da genau weiß man nicht und als Bewaffnung trägt er meistens ein normales Schwert Lederwams und im MP steht dann wahrscheinlich auch noch ein Breit und Bogen aber ansonsten war's das auch an sich vom Charakter her mehr hab ich da auch gar nicht zugeschrieben genau und dann äh wärst du ja Hauptmann und ähm gehst den Gerüchten nach wer nun äh wirklich deine Eltern ermordet hat wenn ich das richtig verstanden hab genau er wollte halt seine Ehre in dem Sinne wiederherstellen und um sein Haus und Hof wieder zugekommen was momentan ja wahrscheinlich dann eher enteignet wurde zumindest kommt er da momentan nicht mehr ran und ja mal gucken was die Geschichte bringen wird genau und verhersamer bei ähm bei einem guten Space ja gut ich weiß was du für Ideen hast ja nichts nichts Gutes ich meine ich hab den damals eingetragen den hab ich ganz mehr oder weniger fast ausgereizt bis auf das höchste Leder was man ja kriegen konnte und da war Luis der Einzige den ich so weit gespielt hatte ja ne den ergreifenden Ritter das war auch sehr viel gespielt vorher ich bin dabei aber draufgegangen ach so das hat ordentlich weh getan das werde ich nicht vergessen ja genau ja vorsichtig beim draufgehen mit eurem Charakter ja da zählt jeglicher Beweis das heißt auch Audios und so ne also wenn wir jetzt hier alle im Disco sind und einer sagt jetzt irgendwie aus Versehen oh mein Charakter ist tot ja dann ist er auch tot ja also da müsst ihr aufpassen äh ja Finanzen und Co-Kontrolle machen wir am Anfang des Streams würde ich sagen also jetzt brauchen wir das ja jetzt nicht machen jeder 200 und ja ja jeder 200 und also Startcall Pro und 200 und das war's und ja das wird das aber wieder jetzt hier groß äh kontrollieren ich muss sagen mir fiel das ein bisschen schwer am Anfang da jetzt für euch Storys auszudenken aber dann nachher ging das und äh ich hab da definitiv ein paar Überraschungen eingebaut äh und ich bin mal gespannt was der gute Pesos für mich vorbereitet hat ich hatte auch erst ein paar Probleme was zu überlegen aber ich hab ne Lösung gefunden und mit der bin ich doch ganz zufrieden geworden oh das ist nett gut ähm ja ich würde sagen dann können wir beginnen wa mhm dann ähm willst du anfangen oder soll ich anfangen ist aber nicht alles geschrieben was er zu Beginn macht stimmt du hast ja ne Ankündigung gemacht ja wir alle haben eine Ankündigung gemacht ähm ich würde sagen der Gruppenleiter fängt dann an weil ihr habt ihr die Ankündigung gemacht ja also ich schreibe euch beide und Peso schreibt bei mir ähm wen haben wir dann hier als erstes die Reise beginnt vollfahrt ähm genau du sollst er befördert werden ich muss noch mal kurz den Satz lesen ja alles gut die Sonne scheint als sie gerade unterwegs auf Patrouille ist und sie sich ihren Weg durch die Menschenmassen suchen ach so okay also ja genau du warst ist gerade zurückgekommen von der Patrouille er begegnet einer hochmann in der Garnison genau immer wenn wir was als Gruppenleiter schreiben per so ist so weiß in Klammern ne ja genau Soldat ah ja Wohlfahrt mit D ich will immer mit T schreiben also grammatikalisch ist das wo auch immer sich richtig die schreiben da nicht mit T meine ich im schwächsten Sinne ich glaube es gibt sogar weiter ich kann vorstellen dass es beide bei beide Varianten gibt also bei Bernhard gibt es auch zwei Varianten einmal mit D und einmal mit D und dem D das war glaube ich der von von Vincent und morgen Bernhard war glaube ich nur mit D wenn ich mich recht erinnere so so Caesar jetzt kommt wieder dein Lieblingssatz geantwortet Und das hast du doch vermisst, Cesar. Hä? Was soll denn das? Hallo, zeig mir die Nachricht an. Tut er nicht. So, bei Perseus beziehungsweise Ralf. Ah ja, genau. Ja, dann klicke einfach auf die Ankündigung. Ich habe dir gesagt, geantwortet. Ich gucke, ob es da funktioniert. Also wenn ich auf PC setze, sagte mir die nicht. Ich dachte mir, das ist leer. Ah, Steam wieder. Und ich würde jetzt als Admin schreiben. Ja, was ist das? Ah, muss er das wieder überprüfen oder wie? Ich weiß es nicht. Also er zeigt mir zwar, wenn ich auf Ankündigung gehe, anders als es ist, aber wenn ich da reinklicke, sehe ich nichts. Äh, musst du kurz warten dann. Ich muss ja überlegen, wie ich da schreibe bei Perseus. Was sitzt heute? Ich schreibe auch noch gerade was bei dir. Ich muss da echt überlegen. Mal. Okay. Okay. sind sie denn da haben wir hier korrekt warum nicht bei dir ist die nachricht da ich habe einmal aktualisiert dann war sie da aber eben war sie jetzt kurz auch nicht da ich hatte sie fast zwei minuten oder drei minuten fast gar nicht wo ich immer aktualisiert habe egal aber jetzt ist sie da bei dir ist jetzt auch wieder da jetzt habe ich schon wieder angst zu schreiben kommt wenn man das kopf gewöhnt ist ja dann will man natürlich alles reden nein wir können das ja auch so machen dass wir alles reden müssen nee dass man die war ja in meiner zeit noch mal kursiv schreiben auch ich mache es simpel okay also kommentare wird schon mal angezeigt also ich hätte keine probleme ich sehe deinen kommentar auch schon von außerhalb der dorfsteine gehört man viele stimmen und eine person wird gerade aus der porte geworfen ich glaube der gute lother würde sich nichts zu bedingen die trotzdem einfach rein gehört dazu ne in so einem kümmerlichen ort wie siegfriedhof bestimmt aber du hast geschrieben eine person also ist keine aus meinem regiment ich bin euch habt nur einer person geschrieben okay also keiner aus meinem regiment okay dann schreibe ich das könnte also jeder sein ja irgendein armer taugenix oder so ein bauer der sich sein bier verdient hat keine ahnung oder gehen einfach rein und denkt sich nichts dabei er tritt an den wertherren den ihr schon länger kennt genau weil er da ja auch gewachsen ist ich finde den schon so angekennt sondern wäre es eigentlich passend wenn ich den mit vornamen ansprechen ja ich habe ein kleines problem bei uns gott starkes gewitter ich müsste glaube ich leider immer aufhören das sollte ich habe keinen bock auf schäden ja gut genau ja dann war kurz ganz mit smartphone antworten ja genau ich mache ich was mit zwar schon weiter das geht schon so soll ich mir einen namen für den wert ausdenken ja nimm du einen namen gut dann ist es gleich im chat jetzt brauche ich wieder irgendeinen typischen deutschen namen das ist ja wieder ich nehme rolle auf ohne verschieben ich glaube ich schrei einfach nur ich schreibe jetzt einfach einfach nur den namen des wertes so eine antwort bei reise beginnt will sie jetzt will sie jetzt immer so schreiben in dieser schrift dieser das ist ja merkwürdig dann schreibst du so dann aber subtil nicken und antworten ja sofort macht sich umgehend auf dem weg zum arbeitszimmer des oberst so ok ja der ober sagt einfach rein und vergisst nicht anzutreten so jetzt muss ich erst mal gucken und ist gut ok c so du bist noch da und der wolfs kriege der jetzt irgendwie der wolfs kriege bei mir im disco der ist jetzt irgendwie hier mit zwei accounts drin auch nicht schlecht und so ja dann ich habe überall geantwortet ja dann ich habe überall geantwortet so peter ist jetzt hier live im stream ne ist ja nicht ne ist ja nicht ne ist ja nicht nein das wollte ich jetzt gar nicht ja dieser geantwortet ist noch da glaubt sie ist also aufg ich schreibe ihm jetzt mal naja ist tatsächlich aufg so antwortet antwortet ja um ihr guckt den diener an und wusstet was so musste den kurz moment dass ihr hier gesehen worden seid wenn ihr mir wollt noch der gute reife folgen wird ja das hat bei mir auch nicht geantwortet ein bisschen blöd dass bei ihm gewitter ist es ist auch nie was ich hier die ganze zeit so reden soll diese ist kurz auf k ja und mehr wie warten kann ich jetzt nicht aber der ps ist der antwort mir weiter über das smartphone über die steam app ja da schon eine neue antwort ich komme es immer wieder die trägen alle zu wenig mit einem grinsen klopft sie auf die schulter so lange meine männer jan ist gott grüße dich ja nichts trinken wie schreibe ich das denn jetzt so lange meine männer gar nichts ich muss wie immer so einen charakter hineinversetzen haben wir keine ärger so da wurde ich ganz kurz dieser willkommen zurück du möchtest du nicht gerade nicht eng gehen ich hatte dich gefragt und seit wann schreibt so so ein kursiv angewohlen hat okay ist jetzt theoretisch auch im kursiv schreiben aber musste gerade extra noch mal nachgucken wie vor meinem jungen war aber ich fand das könnte man dann irgendwie besser unterscheiden habe ich mir irgendwann angewöhnt solange du nicht in klammern schreibst trickstrich würde ich höchstens dann schreiben wenn es ein gedanke wäre und ansonsten die aussagen ganz normal ich komme heute nichts richtig mehr beim dialog weiter achte wie immer ja was bricht jetzt noch nebenbei per so ist es am smartphone und antwortet wir kommen wieder rein sobald das gewitter vorbei ist er antwortet mir weiter ich weiß nicht ob auch live im stream ist keine ahnung eben weil er nicht das sehe ich meine männer an die vorschriften halten ich weiß ja was sonst passiert so als kleine neben drohung die reise beginnt das du mir geantwortet ja steckt den kopf durch die tür sie haben nach mir verlangt herr oberst so ich schreibe jetzt ich muss ihnen leider mitteilen dass sie befördert werden ich schreibe jetzt ich teile ihnen hier mit mit zweimal mit nein das anders sie wählen hier mit zum hauptmann befördert habe ich einfach so du bist jetzt befördert worden geantwortet so eine gute reif hat wieder was gesagt rief bleibt wachsam und beschließt den mann im auge zu behalten die kommentare werden auch von der automatischen inhaltsprüfung analysiert deswegen ich zeichne das nicht an deswegen dauert das manchmal zwei minütchen oder eine bei mir steht hier zum beispiel bei psoe ist gerade eben hatte gepostet also ich glaube so ein oder zwei minuten dauert das immer da seid ihr gut in familie ich höre mir ein angebot an und die antwortet höflich muss jetzt noch mal kurz meine jetzt muss ich mir wieder ein name einführen lassen graf hattet hier auch in arbeit aus graf jetzt wollte ich gerade neben graf böhm das ist jetzt dein nachname ich habe jetzt noch nicht überlegt wie mein nachname sich verändern soll wenn er seine Ehre wieder hergestellt hat das habe ich mir noch nicht überlegt wieso nachnamen ändern wieso willst du den nachnamen ändern haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben noch einfacher nachname vielleicht hätte ich noch ein von davor oder so mal gucken ist das nicht adelig er wäre ja nieder ich habe ja geschrieben seine eltern war niederer ade so wie sein vater dann hättest du das machen können ja ich glaube ich habe das extra und verbeute dass nämlich extra noch nicht machen nehmert graf ewald würde die mir zum anwesen folgen so ach du hast geantwortet dann hier oben ist noch ein wenig überrascht von diesem plötzlichen schritt wie kommt dieser schritt auf einmal wenn mir die frage lobt ist ja du willst den kommentaren spiel das geht natürlich nicht schreiben ich schreibe eure dienst jahre und eure erfahrung haben sich bewährt das ist irgendwas muss dann noch hinten ran und da wollte die mir ist eigentlich fragen haben wir noch irgendwas sind ich habe mich schon länger beobachtet sind er so klingt das gut mir wurde wieder beantwortet ein siegfriedhof bisher war keiner der männer hier am besten ist ich schreibe ich kenne ihre spielchen habt ihr mal ein bier das wäre aber irgendwie ziemlich abgefuckt wenn der jägerhauptmann drängt und die jäger dürfen nicht ich wollte auch neue gelbe lernen ihr wollt auch noch euer gold verdienen schreibe ich nehme ich in einer schreib in zwei müssen wir weiter stunden musste noch ein so alltag in nullen was hat der peter sind da geantwortet jetzt hätte ich noch keinen kontakt mit denen ich nehme an er stellt den auftrag vor und übernimmt die verhandlungen so wird es sein also wohl die die mir folgen der ralf ist der ralf ist sehr misstrauisch also er hatte sich schon einen sehr langen dialog und der diener der bietet ihn jetzt schon zum zweiten mal dass er mitkommt und der ralf der ist da sehr misstrauisch anscheinend so wohl war das freut mich über sich hoffe dass ich euer vertrauen nicht enttäusche ich werde weiterhin mein bestes geben um der stadt und osmark zu dienen dabei also du kannst ja richtig fehlerfrei schreiben sie dann das hast du beim steckbrief nicht gemacht ich habe den steckbrief auch nicht um wie viel uhr geschrieben okay jetzt brauchst du ihn auch nicht mehr bearbeiten äh und dabei denkt er leicht demütig den kopf immer hast du irgendwelche skills ausgepackt so hast du früher aber nicht geschrieben naja glaubst du ich war jetzt die letzten paar jahre untätig ich habe weiter rp gemacht du hast weiter rp gemacht ja klar wo denn Discord deswegen dachte ich ja ich habe eher auf Discord geschrieben als auf Steam was für Discord rp gruppen hast du da mitgemacht meintens einfach rar charakter rp aber war nichts mit war immer ne ne leider nicht da gibt es zu wenige für es war immer ein bisschen schade was war das denn war das was war das denn für ein setting boah sind sie ausgedacht was war denn das naheliegt was gab es denn äh star wars wollen wir noch mal so zwischenzeitlich nur so eine sache naja star wars genau spaß machen ja äh das ist aber schon eine ganze weile her ansonsten war es eigentlich hauptsächlich selbst ausgedacht äh ich glaube bei star wars würde ich mich zu wenig auskennen also ich kenne die Filme und ein paar Spiele aber und so aber ja gut ja man hat sich da irgendwann reingefuckt also gibt es mittlerweile bin ich da auch wieder einigermaßen raus da gibt es ja auch sehr viel lore bei star wars ja das stimmt tatsächlich aber bei star wars gibt es nicht so viele fraktionen das finde ich immer doof ja das charakter p ist halt immer manchmal ein bisschen einseitig so also also sachen mit spielen gab es gar nicht mehr seit und seit wir hier aufgehört haben ja ähm das war dann eigentlich nur noch schreiben ne und wie findest du das ohne spiele ab einem gewissen Zeitpunkt ich hatte eine ganze Zeit über noch relativ lange ein paar Monate sogar so eine richtige Flaute anfangs war es noch relativ viel ich hatte ja zudem noch keinen Rechner mehr dann habe ich das alles für den Handy gemacht obwohl es eigentlich relativ gut ging ähm aber dann ist wieder so eine irgendwann so eine Phase wo ich gar keine Idee mehr hatte dann habe ich mich dann ein bisschen rausgehalten und das Mittag geht die Aktivität bin ich ganz ziemlich runtergegangen ja und so hat man sich dann immer ein bisschen von mp zu hp geangelt und ich habe auch nicht allzu lange gehalten und ich hatte es tatsächlich selber selber auch noch eins ich weiß gar nicht glaube ich eineinhalb Jahre gehalten würde ich auch mit Reset glaube ich zweimal oder so zweimal zweimal aber das hat sich dann auch irgendwann verlaufen und irgendwann ja die meisten AP Gruppen verlaufen sich irgendwann das ergibt dann halt keine Ideen mehr die Charakter ich fand es eigentlich immer interessant wie die Leute beziehungsweise wenn du jetzt mit neun Leuten APs wie die ihre Charaktere schreiben und wie sie mit denen umgehen und wie sie mit den APen das war ich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer relativ interessant so aber wenn du mit denen öfters AP hast dann wusstest du irgendwann ungefähr wann die Leute ticken und dann wurde es ein bisschen einseitig irgendwann ja ich verstehe was du meinst ich meine du kannst den Charakter schreiben aber ob sich jetzt großartig an der Spielweise an dem AP-Stil großartig was ändert ist es dann eher weniger der Fall außer man zieht hier rund 180 Grad Wände hin und äh hat von einem freundlichen Charakter auf einmal so einen richtigen in Anführungszeichen Dreck-Sack gespielt aber das glaube ich wüsste ja eigentlich sobald ich das beurteilen kann noch nie passiert ok äh äh unkelblatt guten Abend äh äh ich bin auf jeden Fall positiv überrascht ja also ich wusste nicht dass du äh RP so fleißig weitergemacht hast naja war ja auch fast wie viele Jahre he 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 weil da wir aufgehört dann war ich jetzt Ankündigung von mir du wirst weg also Willis Tutor Wormer 1 hatten wir angefangen und dann irgendwann mit Wormer 2 hatten wir aufgehört also es war schon über ein Jahr auf jeden Fall aber wir sind glaube ich Wormer 2 hatten wir noch sehr lange gespielt ne ja genau deswegen äh äh war denn meine letzte Ankündigung oh Gott ja ihr beide habt ja noch aktiv nach einer längeren Zeit weitergemacht wär ja da rausgefallen glaub ich weil mein PC dann nicht mehr gut angetan äh auch nicht auch nicht oh Gott oh der Ralf der ist misstrauisch doch oh mein Gott der ist misstrauisch wo ist denn meine Ankündigung hallo ich bin jetzt schon bei Seite 9 ja das kann ein bisschen dauern bis sie die für eine SPH sind ich habe mir irgendwann alleine ein bisschen weiter gemacht ja deswegen mit ziemlich lange Zeit sogar ich konnte es immer nur vom Rande aus beobachten das war immer ein bisschen bitter ja und der Diener ah hier äh äh 2019 16. März das ist fast drei Jahre her ja das ist ziemlich krass man jetzt reden wir öffnen die Tür wenn ihr mir folgen würdet ich kenne nur Warplay über das Spiel Gary's Mod bei solchen Game Modes oh da kenne ich gar nichts mit Gary's Mod okay ja gut Gary's Mod hat viele Möglichkeiten ne ja das stimmt ich selber nie gemacht aber äh mhm kenne ich auch nicht so also ich kenne das Spiel Gary's Mod ja aber naja ah dieses Teichnackere Umwirkung von Corona habe ich immer noch obwohl ich es nicht mehr habe Olaf schluckt an der Theke und holt ein Rumpen hervor und hierzu die wo du gehst brauchst du was gut ist ich will jetzt mir jetzt will er dem Lothar doch ein Bierchen anbieten obwohl er nicht trinken darf und er weiß genau dass der Lothar ein Genießer ist ja also der Lothar der kann da nicht widersprechen ja also wenn der Huppen da schon mal jetzt vor ihm steht dann muss er da wirklich zugreifen also das geht nie anders also also das ist Schlittsor erstmal schön wieder die Leute abfüllen ja ja der füllt den Lothar jetzt ab hier also er soll sich aber nicht von der Frau unter den Tisch trinken lassen ich glaube das würde in der Zeit ein bisschen komisch kommen aber so wie ich Pessos kenne wird er sowas aufbringen Lothar trinkt den Rumpen schnell aus bevor er es jemand mitkriegt ich will nochmal den Finger in die Wunde drücken und sich von der Frau unter den Tisch trinken lassen ja wie gesagt der Lothar ne das ist ein Genießer also der kann ja nicht anders ja also wie gesagt ich dass er abkehrt also es wird das mit Sicherheit durchziehen wenn es wenn er die Chance dazu hat ich warte natürlich nicht wie er dazu steht wenn er von der Frau unter den Tisch getrunken wird aber ich würde uns das durchaus zutrauen ja die Patrouille verläuft sehr ruhig im Moment oh das wurde ruhig vergessen ein kleines Schlitzohr okay Klinz dabei etwas schreibe ich dazu oh man ich suche ein Schlitzohr ja das macht gerne die Leute besoffen so was hast du geschrieben natürliche oberst soll ich ein paar Männer mitnehmen freigte vorsichtig um sich soweit aus dem Fenster zu lehnen ja das gebe ich dir dann mal mit ja das kann ich dir nicht beantworten ich überlege laut ich muss immer ein Licht an machen mir scheint auch vor die Sonne ich würde sagen ein Regiment Schwertkämpfer und ein Regiment Einbruch schützen das typische ja eben sowas typischer war das kriegst du jetzt unterstellt ich muss ehrlich sagen ich denke schon ein bisschen weit reicht also willst du mehr eben nein bezogen auf wo der Char hin soll also ich dachte schon nein 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 hatte ich glaube ich auch schon geschrieben über das wie wenn wir hier ich schreibe ich ich schreibe immer nicht nur einfach zwei Regimente ich schreibe ich hatte ich sowas schon mal geschrieben das zweite Schwertkämpfer Regiment los oh hier darf ich gleich kundtapfen gehen oder was hast du vorher oder soll ich durch den Bauten gehen jetzt meine ich könnte mal die Map aufmachen eine normale Patrouille und du wirst eine Begegnung haben dass der Ausmacht wieder so viel zerstört ist hättest du das einfach stumpf hattest du das einfach aus einem Peer gezogen bzw. aus Lore ne ich hatte das wegen in einem Event gemacht ich wollte irgendwie ein bisschen verdeutlichen dass also wenn ich jetzt mal so auf die Map gucke ne dann ist die Map von Warhammer 1 im Game größer als die von von die wir benutzen dazwischen nicht der Video gegessen und so weiter das komische ist auf der Replay Map da ist äh Karol Sifling ganz woanders ja ich fände Osmak ein bisschen klein oder kommt mir das nur so vor ne das kommt glaub ich nur so vor weil wenn man jetzt mal guckt wo Sylvania anfängt und wo Bechhaven liegt die ganze Zeit Bechhaven äh Bechhaven ja nur mit einem Haar ja ja das wird sich beändern ich finde ich bin Bechhaven irgendwie besser aber ja ich bin auch ich bin auch da aber ich bin auch ich bin auch das ist ja da Ralf, wieder geantwortet. Ich sehe Potenzial in Osmark. Oh, echt. Ich meine, ich habe die Zwerge auch noch im Osten. Bei Kitzlef im Norden. Genau. Die können wir dann hier später auch ein bisschen mehr mit einbinden. Mit Warmer 3. Eben. Wo wir jetzt noch 2 nutzen. Mach ich das nicht. Müsste warten wir auf den August. Ja. Gesprächs- Jungs- Saal. Ähm. Was habe ich denn jetzt für einen Namen bei dem Grafen? Das war glaube ich Ewald. Ja, Ewald. Aber wie schreibt man das nicht unterwürflich? So, es kommt die erste Überraschung für Paisers. Und da ist er Ralf. Er fasst mich wieder. Verzeihung mein Herr. Ich habe ihn gefunden. Ich glaube, wir müssen Paisers wieder auf die Map gucken. Ich kann ruhig auf die Map gucken, kein Problem. Ich habe ihm jetzt eine gewisse Frage gestellt. Die Leute blicken Ralf erstaunt an. So. Was war jetzt bei dir? Mal schauen. Dann werde ich mich soweit wieder fertig machen. Dann breche ich mit den Soldaten so schnell wie möglich auf. Er wirkt dabei wie immer diszipliniert und legt die Himmelsrichtung. Wenn der Patrouille begonnen soll. Ist egal. Oder hat ein Gebiet momentan eine größere Wichtigkeit? Achso. Nö. Im Moment nicht. Äh. Irre. Irrelevant. Boah. Habe ich dich jetzt mal kurz gefasst. Olaf, kennst du mich doch? Warum zu glauben, dass es ruhig ist? In einem Trupp warte ich aus und weiß umsonst. Das war ein Betrunkener, der meinte, er hätte Grünhäuter am Dorf gesehen. Ausrichtung. Hier Stein. Oh, jetzt muss ich doch auf die Map gucken. Aber nicht wegen der Zieser, sondern wegen Persoes. Du bist nur gerade, bist du in der Hauptstadt? Siegfriedhof. Oh Gott, wo ist das denn? Wieso hat der dann zu früher Ort schaffen? Hm. Das ist an der Grenze nach Sylvania. Vier Stein. Ach, das ist im Süden. Ah, okay. Ich hab's nicht gefunden. Ja, das ist sehr versteckt. Da hat er sich ja die kleinste Ecke ausgesucht. Ja, ich wusste ungefähr, wo sie noch ist. Wegen dem Spiel Warmer Quest. Ich hab da jetzt nicht so lange gesucht. Das ist auch der Start bei Warmer Quest. Nette Grünhäuter am Dorf gesehen. aus Richtung vier Stunden. Das wäre unser nächster Halt. wann war das der mutter will natürlich ganz genau wissen wann das war und wo wollte ich gerade sagen aber wo weiß er ja schon gut moment nichts grünes kein grünes kästchen ich müsste mal irgendwie die map mit einem benötigen stream jetzt gerade noch mal macht einsteigen willst oder ob ich muss keine eigentlichkeit eine zwischensetzen möchte ich schaue gleich mal und dann leuchtet ist grün das irgendwie gefühlt besser als verkehrt er standen nur was nicht und salutiert für einen moment und würde das arbeitszimmer verlassen sich erstens erstmal waschen zu gehen und etwas zu essen und sich für die nächste patrouille vorzubereiten würde ich dir jetzt mal ein gefecht geben und dann kannst du das ein bisschen ein bisschen rumprobieren mit dem screenshot weiß ja was ich meine jetzt hier ist jetzt kurz für die zuschauer auf twitter schon später auf youtube wenn ein gefecht macht dann muss er das ende des gefechts immer beweisen mit einem screenshot in dem ein klassisches landgefecht kurze info unsere kommandanten die haben vom anfang an alle fähigkeiten aber nicht hellenbegleiter die müssen das jetzt freischalten aber wir haben mit unseren kommen dann gleich alle fähigkeiten weil ich mache eine ankündigung oder schreibt ich schreibe das in den dialog mit rein da ist keine bedeutende schlacht ist sondern nur ein kleines gefecht auf patrouille ich muss aber noch mal gucken was ich diese gegner geben wollte einen moment hat schon geplant was ich kriegen soll das hatte ich dann nicht festgelegt okay dann das ist halt sehr viel und wurde sehr viel grün heute in sylvanien und den bergen nehmen wir da was will ich mag dich jetzt einfach mal was ist die liebe grün heute oder und tote ich glaube ich komme ja mit beiden klar eigentlich obwohl und gute werte obwohl auch jungs sind schon nicht ohne oder ob wir übrigens auch noch die regel dass wenn das regiment nur noch ein drittel seiner leben hat auf dem screenshot dann ist es erstmal eine zeitlang weg ich weiß es nicht mehr für wie lange aber es war so dann nehme ich dann nehme ich an pierre first wenn du das so wangst hast ich weiß nicht im den ork jungs normalen schwert kämpfern überlegen die normalen ork jungs sind schwert kämpfern glaube ich minimal überlegen glaube ich jetzt ist die frage wie viel erfahrung kriegst du für das gefecht wie viel erfahrung ich hatten wir da wenn man ein system festgelegt wann das 50 bis 100 oder 10 bis 50 und kriegst du 50 wenn man ein als gegner mindestens drei also drei regimen da schreibe ich aber inklusive kommandant der ist auch ein regiment weiß ja also ich schreibe jetzt nicht über was wir bestimmte gegner sondern ich habe einfach nur mindestens drei regimen da kannst du auch zombies nehmen jetzt erst mal egal die bildzeit nur erst mal agent jeder sowieso mit dazu ja ja genau sage ich ja ja schmiedig und abend und das muss ich hier kurz ändern und dann kriegst du das ist die gefächt so ich habe jetzt gepostet müsse gleich bei dir ankommen vielleicht nicht anmerken um nicht aus der rolle zu fallen dennoch ist alles komisch mal drei könnte es wirklich noch mal interessant werden ja nur leider müssen wir uns auf das warten wirst du die funktion von kartei in form von handelskarawan in gewisser form damit reinfügen ich komme mit einfügen ja klar warum nicht woher mal drei laufen sie ja auch einmal quer durch die map qualifizweise ja vielleicht auch eine möglichkeit wäre ja warum nicht so dass man auch mal was in kartei sieht ja klar warum nicht kann man machen klar ich habe kein großteil darf ich auch noch laufen äh, Schwertkämpfer und... Welche Orks soll ich denn nehmen? Nee, Vampirfürsten sind das. Äh, ja. Überlasse ich dir. Ist nicht festgelegt. Das ist jetzt... ja. Müssen nur mindestens drei Regimente sein. Er sitzt ja im Osten von Sylvania. Zumindest aus der Wehrhäume aus dem Spielsicht. Also werde ich es wahrscheinlich zu Vampirfürsten nehmen. Ja, komm, nehmen wir den Kommanden. Muss heute reichen. Ja, äh, ich muss erst mal gucken, wie die Schwester von Ralfa ist. Äh... Wo ist denn meine Lieblings-Map? Wie ist denn jetzt die Schwester? Ja, wo ist denn jetzt die Schwester? Ich finde die, äh, Imperiums-Maps und Worma 3 finde ich viel besser. Ah, wo sind die Blöden-Map jetzt? Die Map ist so viel! Obwohl man zwar hat nochmal viele Maps. Eben. Ja, willst du jetzt unbedingt die bestimmte nehmen? Ja, ich wollte eine mögliche Flache nehmen. Ah, hier! Ach, da genau. Hanna heißt sie. Hanna Assing. Ja, Hanna. Muss ich jetzt mal nachgucken, wie die heißt. Ich hab jetzt Nekromanden genommen, ne? Ja. Ich hab das ja gemacht, dass es längst, äh... Ja, äh... Vampir... Ne, Vampir, ne. Ja. Nekromanden gibt's am häufigsten. So, Ralf... Wohin, 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 Wohin. Ist der Hanna? Ich hab jetzt noch mal einen Jen an. sich zunächst entdeckt vermeidet das richtig beschrieben ja mal gucken die müssen uns einfach zombies ich habe ein masker genommen schießt das wieder auf mich du dreckige kleine ratte gehofft damit sich mal sein mit euch wie bringe ich das jetzt am besten darüber wir sind die gute graf ewald der möchte nämlich von dem guten ralf dass ein konkurrent ausgeschaltet wird der ebenfalls jeder seinen platz einnehmen soll wunderbar die rücken schließen die hat schon das habe ich beschwört die und ich vielleicht eine Ursache. Ah, ich schreibe das am besten. Das war's. Und klopp. Da fahren die Tomi bis oben. Die fliegen. Oh, jetzt das screenshot nicht vergessen. Nicht so einfach hinnehmen. Wie soll ich das nennen? Wenn ihr verspät. Nee. So. So. So, dann hat er mir jetzt, glaube ich, genau Siegfried auf dem Weg antwortet. Okay. Okay. Oh, das ist so dumm, der kam hier rein, als hat er irgendwo persönlich getroffen. Oh Mann. Ja, er lacht am Ende des Satzes, das habe ich auch gemacht jetzt. Dann habe ich ihn beruhigt und meine Dienstleistung bezahlen lassen. Kompletter Spinner. Geht es weiter mit Ratio hier? Das wirst du erfahren. Mache erst mal die Ankündigung. Sonst trabe ich das direkt mit rein. Also. Ich lese das einfach. Genau. Ich lese das einfach. Genau. Äh. Wie schreibe ich das denn jetzt? Wenn man das in Echtzeit macht und das ein paar Stunden, dann trappelt schon irgendwann die Biene. Das muss ich immer ehrlich sagen. Aber macht doch Spaß. Ähm. Da ist. Unser nächstes. Wie ist. Bleiben wir wach. Samen total will. 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 Gut. Ja, was mir mal aufgefallen ist, ist, dass die Ankündigungen unten rechts gar nicht mehr angezeigt werden. Hey. Stopp. Was ist das denn jetzt für ein blöder Kamera? Ich kann den screenshot nicht probieren. Wie? Kann nur die Seiten, nur den Seiten link kopieren. Die Seiten link reicht auch. Macht doch nix. Nee, das hat mir rausprobiert. Du gehst einfach auf Aktivitäten, wenn du ihn hochgeladen hast und dann klickst du auf den screenshot und dann hast du da doch den Link. Was? Du musst ihn halt vorher nur hochladen. Ja, das habe ich getan. Okay, dann gehst du einfach auf Aktivitäten, klickst auf den screenshot und dann hast du da den Link. Oben drüber? Ja. Ja. Ah, dann kann ich die Link-Adresse kopieren, ne? Ja. Ah, da. Da, glaube ich. Da, glaube ich. Ja, der Peso ist mir jetzt tatsächlich ein Bierchen gegeben. Das kann ja wohl nicht wahrsteigen. Ja, da konnte der Lothar natürlich nicht hineinsagen, obwohl er im Dienst ist, ne? Naja. Ach, sie haben Videos ja klar. Ja. Ja. Ja, mach einfach mal, ich werde es ja sehen. Ah, du hast das schon. Okay. Bei einem schnellen und harten Kampf konnte man die Untote auf der Patrouille ausschalten. Gleicherweise wusste, wie es weiter ging, glaube ich, das ist erstmal offen gelassen. Ich antworte jetzt mal als Feldweibel. Da ist nix verloren, alles klar, alles okay. Ich glaube, die Bluffs haben auch ein bisschen geholfen. Von den Geschenken. Nachhinein. Kannst du mit dem Aufhören schändig das Update zu machen? Danke. 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 und wäre noch etwas schreibe ich bei dir noch hin so nur zu dieser geantwortet noch jetzt habe ich mir das noch nicht an alles klar okay so dass ich noch irgendwas geschrieben hat ich glaube es antwortet gerade ich verstehe durchaus was ihr meint zwischendurch mit seinem auge durch meine schwester jemand ist ja schon bekannt nutzt er die kriminelle unterwelt muss erstmal kurz in meinen notizen gucken unterwelt nicht direkt einem vampir und er befindet sich gerade in und das moin nico grüße dich toggle of realms ich weiß nicht was er mit toggle of realms meins nico aber da wird der gute reich bald noch ja also ich würde gerne antworten aber ich kann es nicht ich habe dir eben geantwortet da sehe ich auch ein kommentar aber wenn ich dann an deine ankündigung klicker jetzt ist er da jetzt meine dimensionen mit den chaos glätten meinst du jetzt die reiche des chaos kampagnen wo einmal drei nico das update glaube ich um dem mord auf wir uns ist der mit den portal ach so ja wenn du die chaos risse abschalten willst du nicht in die reiche des chaos gehen möchtest dann musst du da die ach so die mod nutzen jetzt verstehe ich und die heißt toggle of realms ok nee ich weiß nicht wann die geabdaten wird keine ahnung du das muss der modder machen ich hoffe er macht das bald ist jetzt verhaltet und funktioniert die nicht verhaltet das ist ja schon ausprobiert manchmal funktionieren mods trotzdem weiter hier wird nicht sicher bei euch sein die töte schenkel öffnet sich und zwei männer in steländische uniformen treten ein kundschaft Was hat denn der Lothar da jetzt hier gehabt, Mann? Er hat jetzt geschrieben in sterländischen Uniform, also ich weiß jetzt nicht, ob er damit das Achte Jägerregiment meint von mir oder ob das jetzt zwei andere sterländische Soldaten sind. Es ist jetzt wieder so ein guter Zeitpunkt, wo Discord natürlich besser wäre. Okay, Maus Team. Ich muss mir sicher sein. Ich weiß jetzt nicht, ob er damit jetzt vielleicht aus meinem Jägerregiment meint oder ob er jetzt zwei andere sterländische Soldaten meint. Ja, das Video lädt nicht. Welches Video? Meins? Da ist ja, komisch. Meins jetzt in Livestream auf Twitter oder meinst du jetzt auf YouTube was? Stream. Okay. Äh. Was aber alles normal. Ich habe nur 0,6% for aim lost. Also sehr, sehr gering. So gut wie gar nichts. Okay, richtig. Ich habe es dem geschrieben. Okay, dann. Also jetzt weiß ich, dass das zwei sterländische Soldaten sind, die von woanders kommen. Was soll denn der Lothar da, wie soll der die denn ansprechen? Und geht auf sie zu. Ich frage jetzt einfach, ob das Kundschafter sind. Nee, oder ihr seht, wie Kundschafter ausschreibe ich. Punkt, Punkt, Punkt. Wir gehen erst mal weiter. Ich würde erst mal sagen, wir umkreisen die Stadt einmal hier. wir wieder zurückkehren, aber was wollten sie noch hinzufügen? Achso. Ja, das Wort PayDrival, das kennst du ihm gar nicht. Deswegen zeigt er mir das Rot an wohl. Antwortet der Feldweil jetzt für die ganzen Männer oder für sich alleine? das muss ich jetzt erst mal kurz nachdenken. Äh. Ich glaube für sich alleine lieber. So. Natürlich. Hallo Peter, ich grüße dich. Na, Umwetter vorbei? Ja. Ist es noch abregnen. Aber sonst nix mehr. Das ist gut. So. Also hier, wo ich wohne, haben wir hier irgendwie immer so ein Loch. Ach, da zieht immer jedes Unwetter vorbei. Das ist sehr merkwürdig. Na ja, hier im Ruhrgebiet, da bekommst du dann richtig Blitzdunner alles. Ja, das ist bei uns vielleicht einmal im Jahr und das zieht dann irgendwie sehr schnell vorbei. Das ist wie so ein Loch hier oben. Keine Ahnung. Das ist ja merkwürdig. Ja, schon ewig, ne? Hm. So, weil ich stiegen wie ein Feldweibel. Ich katholiere euch nachträglich zur Beförderung. Genau. Ja, also der Cesar, der hat mir hier was erzählt, ne? Also ich war ja sprachlos, ne? Was ist los? Ja. Der hat die ganze Zeit Rollenspiele weitergemacht auf Discord. Eieiei. Alles mögliche. Guck mal. Hast du mal gesehen, wie der antwortet? Der antwortet nicht mehr so wie früher. Das ist ja eine Weiterentwicklung. Auf jeden Fall. Muss ich erst damit klarkommen. So schön. Ja, ich bin immer noch mal in der Selbstlungsphase. Ja, ich auch. Ich muss man schon ziemlich lange überlegen. Aber so mit Discord nebenbei und so ist das eigentlich ziemlich cool. Aber wenn man das ein paar Stunden macht hier, qualmt doch irgendwann der Kopf, glaube ich, ne? Aber macht Spaß, ne? Auf jeden Fall. Ach, ich hatte gerade noch ein bisschen... Ich hab gerade was gehabt mit diesem halbschmierigen Wirt, ey. Ja. Machen wir jetzt gerade noch so laut. Mach ich noch leiser. Hab ich schon. Keine Ahnung. Selbst im Video ist das so laut. Wenn ich das erwähnen darf, fühle ich uns so. So. Und sie sagen die Anfangs sind. Alltag in Null. Ach ja, genau. Ich muss erst mal eben nachgucken, wie deine Schwester hieß. Du hast doch geschrieben Hannah, glaube ich, irgendwie vorher, ne? Nee, zuerst habe ich einfach nur Schwester geschrieben und dann habe ich den richtigen Namen geschrieben, nachdem ich nachgeguckt hatte. Hannah, genau. Um wem denn mau geht es? Und wie sieht die Bezahlung aus? Bezahlung. Ich habe Cäsar jetzt für das erste Gefecht, habe ich 50 Erfahrungen gegeben. Okay. Das war ja das Mindeste. Genau. Passt ja. Das war ja das. Okay. 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 ich nehme jetzt johann der johann und trägt einen roten hut das kann nur ein marienburger sein und hat ohrringe am besten das kann nur ein das kann nur ein nichts vergesse beim auftrag geantwortet wenn ich etwas überrascht über den schritt war so was hat der cisa früher nie geschrieben also wahnsinn ach ja ach ja muss auch gleich mal reingucken das ist eine 180 grad wendung per seuss das sage ich dir ja ich bin gespannt ich habe noch nicht reingeguckt muss ich mal auf der karte gucken wir können weiter so warten in sich auch immer daran denken ja immer immer salutieren genau das hat mir jetzt ein paar mal vergessen glaube ich am anfang was du gemacht wenn es ein höherer krankiger war das ist beim oberst nicht gemacht ja das ist noch vorgelesen dann sorry ja jetzt muss ein neuer ankündigung machen zurück im bechhafen wieder zum oberst wir sollen für major heinrich verstärkungen organisieren warte nee machen wir nicht weiter da wollten wir gerade hin ich kann mir vorstellen dass so ein jägerhauptmann schon mal so ein horn hat zum reimblasen die befehle namen würde ich aus können vorstellen ja das ist mir auch oder das andere unteroffiziere das hat naja genau ja und lässt zum sammeln blasen vielleicht kommen da irgendwie 80 mal aus der taverne rausgerannt ja blot for the blood god blot for the blood god blot for the blood god verlegst du das guten abend mögen keine mit ihr sein ja nur der sie soll ich glaube dort ist was vergessen das ist jetzt aber nicht so schlimm und zwar deine bewegung kannst du glaube ich vergessen einzutragen ja musst du jetzt mal nachträglich machen dann kann ich dir schon mal antworten zurück im bechhafen nach einer längeren patrouille und den kleinen zwischenfall mit einem nekromanden mit seinen untoten reichen wohl wird gemeinsam mit den soldaten wieder das innere der stadt weg führt wieder durch die menschenmenge wobei es mittlerweile etwas gewöhnter ist also hier ist heiß sie die kaserne wieder reichen sie wohl direkt aufmacht um seinen bericht abzugeben so klopft er also wieder an die tüte des ubers und wartet auf eine antwort mixe das peter ist ja ist doch das ist es ist so super dort sich jemand vorbereitet mich ist das mittlerweile normal ich habe jetzt noch mit dem oberen erst mal geschrieben hier rein weiß er nicht wer klopft er hat ja keine freundlichen blick das ist eine bewegung eingetragen sehr gut das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für uns soll früher war das ein bisschen anders jetzt ist man hier sofort und dadurch habe dadurch erziehe das wahrscheinlich daneben vergessen mit der bewegung weil wir ja also alles ein bisschen schneller haben jetzt ein gutes angebot ich nehme den aufländen an eine person mit beschreibung fällt schnell auf welcher vom bewegung wurde für sein ablehnen doch der graf will natürlich den kopf ich dachte jetzt kommt hier die beweislage aus fallort 3 wo man für die bösen bogen finger sammeln musste auch nicht schlecht der kopf wäre mir recht ich weiß nicht ob ich dazu noch irgendwas anders schreiben soll außer der kopf wäre mir recht ja ich lasse es jetzt mal kurz ja einfach funktional geht ja auch bringen den kopf ach ja so die karte mal wieder öffnen kann ich gewohnt ja da war grenzstadt beim schwarzfeuer pass was ist er los weiß ich nicht es hat er gerade dann wieder die nachricht sind seine ehre ob man wir führen sie zum lager während sich das regiment versammelt in fünf jäger aus der schenke gut naja sie rennen aus der schenke lang gesehen ich taumeln ich glaube der guter guter wird sie sich mal vorknöpfen den kopf kurzer machen die fünf jäger aus schön gewollt ich jetzt schreiben nein schenke die schönke die schönke genau genau zu mir äh schon wieder ein Unfall in die Lose wir sind manchmal kurz weg ich habe mir irgendwas zu trinken holen wir gleich wieder da ja ja alles gut ich gucke mich jetzt wo der Unfall ist sehr verdächtig sehr verdächtig ist ja unmöglich hier wieder hat da jemand zu viel warpstein gefuttert ihr glaubt schon oder hat da jemand die Suppe von dem halblinker Katapult probiert ach das Suppenkatapult genau aber die haben auch so einen Panzer ja ihr habt den doch so einen Dampfpanzer beutet oder ich weiß gar nicht genau ja und den haben die umgebaut zu so einem Suppenkatapultpanzer war das glaube ich wieder so nee nee ach nee da war kein Katapult drauf sondern da war so eine ah da konnten die so ihre Suppe mit versprühen ihre giftige Suppe mit weißt du ja ich verstehe es mhm herrlich also das perfekte Ding für eine Demo auf jeden Fall 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 Vielen Dank. Okay. ja ja alltag im neuen gut wie sie wünschen ich kehre zurück wenn der auftrag erledigt ist die lobtendet ja dann sieht man im raum hinein nachdem er die tür geöffnet hatte eroberst die patrouille ist zurück gericht wie lautet der bericht ob man du musst unbedingt mal so ein befehl einbauen durch kämpft die wüste ich bin kopfgeldjäger was habe ich mit durch kämpfe zu tun nach der nacht nach fliegen gegen kopfkönige kämpfen kopfkönige auf die die auch mal wieder bock so wie nasse hunde stehen die männer voll unter jägern satteltieren und stehen still vor dem hauptmann jäger angetreten scheinbar sind sie nicht betrunken was würden sie damit verdeutlichen wie nasse hunde ich kenne den ausdruck nicht oder nehmen es gepugelte hunde so in dieselbe richtung so halt wenn du halt kinder bei irgendeiner sache erwischt die sie nicht machen sollen ok aber sie sind nüchtern ja sie sind nüchtern ich weiß jetzt nicht was ich mit lotha antworten soll ich weiß doch nicht wie ich will sie ja dann seiner inneren schlange weiter helfen so früh ich denke mal die schlange kommt irgendwann noch ja ich bin jetzt gerade in der misslichen lage ich weiß jetzt nicht ob der lotha da jetzt einfach nur fragen würde oder ob er das irgendwie jetzt überprüfen würde ob die getrunken haben und wenn ja dann hat er ihren schritt gesehen und er war dann hier normal genau da hat sie rausgegangen sind ich glaube der lotha würde einfach nur fragen ob sie getrunken haben aber niemals will die der hauptmann trinken du hast du hast er kann seine ankündigen schon machen besser ist sehr gut ich muss noch etwas nachgucken ist jetzt nicht so weit entfernt ich werde mal gucken wann ich antworte allzu lange werde ich nicht warten ich muss einmal geht sogar ja zehn orte würde ich mich jetzt schützen und begegnet den arz rei nein ja genau ein roman es hat seinen bericht begegnet keiner der männer schwer verletzt und dann noch einmal kurz untersucht und versorgt wenn nötig genau der wohlfütter dann keine verluste aber ich habe trotzdem deine erfahrung eingetragen habe ich noch nicht sein land hält ein stück hier welches berichter fest hatte ich glaube ich hier noch mal alles aufgeschrieben wo du bist du schreibst das einfach nur die erfahrung nicht nicht mehr level einfach nur wohlfahrt 50 erfahrung ich hätte ich jetzt 50 50 das sind glücklich und das muss man sich mal zu meinen notizen gucken da 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 genau da nicht ihr könnt euch zwei stunden rein genau so rinsystem wohl 50 erfahrung alles klar im wert hinten in den klammern habe ich hingeschrieben wie viele momentan bisher habe ich hätte dann immer mann und er sollten wir alle machen eine gute idee alles klar er ist besser dann kommt man danach er durcheinander wie viel man jetzt hatte sind bereit zum marschall das klar dann zum abmarsch blasen weltweite und das dann muss ich die bewegung mal eintragen nach vier stein war das ne ja genau ist nur ein und weiter glaube ich ok lotha von sie spät ruf nach vier stein ja dann mache ich gleich mal die ankündigung ja für diese kurzen weg große nix machen ich muss gerade sitzen alles klar ich hatte dir geantwortet ja das muss das muss du dann den hirn ob es würden vier stein ja sie denken wir stein das wird so ein ort wie sieg brito sein wer so ist genau es ist so ein stiländisches dorf halt ne ein ähnliches idyllisches der lindisches dorf ja ja nicht besonders schön nicht besonders hässlich ist halt ja als die land und die zwei das waren ja kundschaft dann genau die kommt von dem mit major heinrich der major heinrich der ist ja gerade in vier steinen also wie ich das in erinnerung habe ja genau ok die märmlichen hier stein an alles irgendwie bekümmerlich und das wetter ist ok so ja luther sucht unter dessen nach major heinrich ja voll im ort im doof ankündigung ist raus ja der pese ist der spiedreif ja genau einen kopfgeldjäger mein charakter ist aber der älteste fährt sich ist er ja hat geschrieben ein paar so zu alter hau-degen hallo lotek oh jetzt wo lotek das gerade sagt das ist ein zufall hat sie dabei gesagt wo ich sie treffen soll ich schau mal meine notizen und Vielen Dank. Nee, nicht Marktplatz, da ist zu viel los. Na ja, das ist doof auf dem Marktplatz. Ach, hier kommt der Liebe her. Nee, ich gehe jetzt mal auf den sozialen Ort und dann gucke ich mal. Man muss ja irgendwo anfangen. Ich schreibe sie heute zum Südbom. Da ist nicht ganz so viel los. Achso, Dialog findet alles klar. Und dann kommt es in Grenstadt. Was hast du denn da? Schön ist der Schnee um zu Fuß, macht sich reif den Weg nach Grenstadt und bringt dabei an den Alltag. Aber jetzt werden wir langsam mehr mit dem Bild des Ziels am Kopf geht er erst zum Marktplatz mit seiner dunklen Kleidung und Wachen, das war zu viel, sondern sind die Menschenmenge kaum auf. Ah ja, genau. Und dann, ich gehe jetzt mal. einen kurzen umblick so bei so ist sie haben wir nicht mal gespannt wie du das jetzt aufnimmst habt ihr geantwortet gegenseitig wie das jetzt beschrieben moment jetzt hat es angezeigt bei mir jetzt wenn man nicht mehr naja auf jeden fall eine begegnung so war jetzt ich hätte auch bei die geantwortet ok wird mir noch nicht angezeigt so der ziel hatte auch geantwortet dann brauchst du noch moment ja ich kann gerade nicht so richtig auf den chat eingehen weil ihr seht ja selber wir machen das echtzeit und da kann ich dann hin und wieder mal den chat gucken space heißt so eigentlich mit absicht lotha kettler lk oder einer zufall das ist zufall immer schön salutieren ne cisa wer ist hier dann sag ich ja ne genau gerade sitzen ja und gerade sitzen genau ich meine wenn ich eine freche antwort geben würde ich sagen wenn es eine frau wäre würde er sich anders verhalten aber was ist das imperium also gibt es ja sowas nicht da sind ja männer dominiert eigentlich dass keiner von unseren bretonen spielt oder ein zwerg aber ok ist jetzt so ich hatte erst überlegt den bretonen zu spielen aber dann dachte ich ja ich war auch tatsächlich erst zu überlegen ja ok ja ich wollte erst ich wollte vielleicht nicht unbedingt wieder in den nord nach langoil gehen sondern vielleicht dann diesmal nach süden orientieren oder so vielleicht paravon oder sowas oder montpore direkt an der freialen grenze aber das habe ich dann nachhinein so weiß ich nicht kein bretonen haben halt auch ihren gewissen reiz und das war halt auch die story die ich damals am weitesten gespielt habe das ist richtig ist der schneekram ja du merkst das besser überlegt ich sehe das hier im live stream was schreibe ich da jetzt hinten ja ich muss da wirklich man schon echt was überlegen also ich bin jetzt auch gerade am überlegen weil da steht nur hexennäger das könnte ist das so ein seltenhexennäger so ein richtiger kirchlicher typ weil falls denn eins einer von den kirchen ist da würde ich anders darauf reagieren falls um so ein seltenhexennäger ist die fand ja auch kommt auf ja also selten heißt es nicht er kommt aus dem osten des imperiums er kommt aus dem westen der hexenjäger perpeter ist gerade der kommt aus dem osten des imperiums mehr habe ich nicht gesagt besteht eine verbindung nein wir haben hier erfahren ich weiß aber nicht welche verbindung du weinst warte 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 wo ist per zusammenkündigung da gelöscht da steht kein name ok jetzt muss ich das noch mal im oberhalten nein muss man gucken ob ich den namen richtig schreiben jetzt muss ich gucken wie die ah ja genau da nehmen wir länger machen wir zwei tage draus ok so ist bei mir geantwortet kunsthofter major henrich hat seine lage in der örtlichen stadtwaffe eingerichtet kannst du dir vorstellen wie so ein kleines einfaches örtliches plizei gebäude halten nicht im feld stell dir einfach vor dass dieses stiländische dorf und da ist ein paar wenige gebäude aus vernünftigen stein gebaut und das ist halt alles ruin dieser wachposten ja ich verstehe schon das ist aber ja klar du kannst auch sonst hilter dazu denken wie du es halt haben möchtest ja das ist die autobahnpolizei die autobahnpolizei kobra 11 das war stadtwache gut hier dann ja da kann ich ja mit lothar jetzt kein dialog noch nicht jeder einfach direkt bin ja und dann schauen was mich da erwartet oder beziehungsweise wieder mal drauf ist weiß ich ja nicht vielleicht einen guten tag vielleicht aber auch nicht ja bei den offizieren weiß man das nicht so genau ja das ist ein punkt das antwortest du gerade in grenstadt ja das steht gerade wahrscheinlich noch ok und da ja ja jetzt hätte die zeit für euch aber keiner schreibt was ich meine jetzt nur den chat aber guter gedanke mit kabel ich bin da selber gar nicht drauf gekommen ist mir gar nicht aufgefallen bitteschön oh mein gott was nix ich habe nichts böses oder also ich habe nichts böses gemacht das grüne kästchen ja da ist es da ist es kommt auf sie zu werden seine was ist so wert von dir ab ich habe aus Versehen den Text in shit ne wieso ist doch alles formatiert ach so du hast alles formatiert willst du das noch mal ändern oder soll ich jetzt antworten warte ich ende das bei ihm alles klar muss er die kann ja er sieht man ja nicht für mann und dafür nicht mehr dass ich mich schon wenn ich besser das reden höre denke ich automatisch am panzer ich denke na bitte nicht warte warte auf warte warte Wenn ich's verstehe, ist er es? Nee. Okay. Wir kommen zurück. Oh, ich sehe, du hast es. Nee, hast du doch noch nicht. Ah, jetzt hast du. Oder? Nee. Ist bei dir noch nicht die Ankündigung abonniert oder ich weiß nicht warum? Nee, ich meinte jetzt dieser. Ach so. So, Ralf, ich bin auf der richtigen Spur, nächstes Mal etwas aufpassen. Hm. Was schreibe ich denn hier gerade zusammen? Es geht ja gar nicht. Jetzt muss ich erst mal überlegen, was der Hexenjäger sagen würde. Ich wüsste aber auch keine Antwort, ehrlich gesagt. Ich hätte erst überlegt, zwischen irgendetwas bösen, nur ich habe keinen Bock, mich mit einem kirchlichen Hexenjäger anzulegen. Es sollte schon irgendwie ein bisschen misstrauisch sein, ja. Also entschuldigen würde sich ein Hexenjäger glaube ich nicht. Nee, aber... Wenn er dich anrempelt. Nee, das würde der nicht machen. Das weiß ich auch, aber... Ich weiß glaube ich die perfekte Antwort. Der Hexenjäger fragt, aufpassen auf euch. Ach heerlich. Haarlich. Auch heerlich. Haarlich. Tesa kann ich jetzt antworten? ja kannst du okay habe ich gerade nicht gesehen erst mal erst mal ich schätze zurecht schützen jetzt mal kommt der hammer von oben vielleicht hätte ich dir auch noch mal auf den kopf haben sollen ich hatte jetzt mal überlegt aber nie und dachte mir das mal hier da kommt der ben hammer oder der kriegshammer so kommen bei dem format schlechte witze man sieht es für mich an wie sein kopf hat hat jetzt geht es eigentlich noch im moment also immer schlimmer ja die gute schwester die weg ist die wollte in den wald pilze sammeln das sind so pilze die auch die goblins nutzen zum kochen ich habe komische gedanken ich sage da jetzt lieber nix zu um space keine vorträge zu geben aber ich denke mir meinen teil ja dann so in vier steinen ja was ist denn da schon wieder los ein mittelgroßer mann und das sind die gegenwander auf und trumpelt dann auf ja und trumpelt etwas wer sind sie ja ihr schlimmste albtraum ich bin die betrunkene verstärkung aus dem anderen dorf das würde er sagen wenn er zu ehrlich wäre wobei nach einem bier das musst du mir genau vor die nase hinstellen ja weil du ganz genau wo es ist der loth das ist ein genießer das ist ein alki wenn das da steht dann kann er nie nein sagen ja kommt mal vor ach ja dann notieren jetzt habe ich mal vorgeschrieben war wo ich major mal vor genau mal der der marco ja das ist eigentlich eine wir befinden uns gerade auf patrouille dass ich schon wieder mal falsch geschrieben habe etwas irgendwie mal falsch jetzt habe ich jetzt bei dem weitergehen nichts mit zwei stunden obwohl doch ich habe eine idee ich weiß wie ich sie im oberst zukommen lassen gedacht wir hätten so was ignoriert wir sind ja doch direkt in der straße jetzt noch ja ja so der loter möchte gerne wissen warum der major humpelt und wie die lage ist der name des dings ist nicht gefallen gut ralf hat ja auch nicht nur seinem namen gefragt ja ich meine so ein hexenjäger aber natürlich auch respekt der exe über die er bei einer unfreundlichen frage in den kopf schießen anstatt dir das zu sagen er soll sich die sahen haben nun möchte ich schon und vor allem was für pilze oh gott du willst nicht die kranken geschichte von dem major hören oh gott das ist ja fast so schlimm wie ohne handwerker danach fragt warum er humpelt doch ich möchte schon gerne wissen weil das können ja auch eine kriegsverletzung sein verstehst deswegen so muss ich erstmal gucken wo ist und der becher auf meinen bald macht da macht er greifen weil das doch ok in so einer situation genau genau ja also die er so viel diese total aufgelöst ja also total traurig ja so reich guckte nix hier gar nicht ich überlege mal ob er die reaktion haben wird nur der hexenjäger antwortet kurz und knapp natürlich misstrauisch ja 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 jetzt kommst der major ist gestolpert oder er hat so viel zu sich mal gebetet im laufen laufen ja kann ja alles passieren natürlich der wohlfahrt könnte die so viel ruhig ein bisschen mehr trösten sei mal ein guter bruder willst du kein guter bruder sein ja wer weiß vielleicht sogar plan ist und nicht nur die hälfte mitgekriegt hat jetzt ich aber nicht trau das zu sagen oder sie hat auch die auch die pilze gefuttert das würde direkt ins gesicht sagen interessante gedanken wo ein grünes kästchen ja mein kohlen ist christian das stimmt schon gut und gut wenn ich gerade die zum bleiben außer du bestehst darauf mit zu kommen wie sie nicht auf jeden fall noch im steig geben müssen dass meine wirkliche sich noch etwas verzögert oder will sie doch mit ich bin im plan dass sie jetzt mitkommen sollte habe ich aber schon die idee wie die oberste ich habe jetzt eigentlich erwartet dass er sich wenigstens umarmst er ist schüchtern gegen seiner schwester was gibt es noch wenn man sich länger nicht sieht die sophie wird dort bleiben so was ist ja wie mache ich denn jetzt wäre jetzt alleine ne kundschaften wird ja wahrscheinlich schwer denke ich mal oder ja das wird schwierig ich kann mich dann halt jetzt nur auf die ja verstärken willkommen in vier stein jeder hautmann lothar guckt etwas genervt diese wunde habe ich mir bei einer schlacht gegen oder zu bezogen ich hatte diese monster egal wir sind hier um den grünen heute zu stoppen ja erst mal die frage wie viele sind es und grün heute denn für uns keine bedrohung da so ein grenz das hat aber noch geantwortet wenn wir fassen ihren kopfgelegen und mein ziel so mit untoten paktieren das wird mir mehr so der hexenjäger will natürlich jetzt mehr wissen nachdem er das wort untote gesagt hat alles ist verdächtig schau dir in ein video jetzt so sieht zur casena ok bis auf die casena vielleicht das ist jetzt ein bisschen schwieriger da müsste ich eigentlich sowas wie ein wohnsitz angeben ich wohne das ist eine straße ein rosa kleid genau du kriegst noch ein hinweis mit dazu so muss ich warten bis er wieder da ist aber ich glaube ich bin auch mal kurz auf cool ja 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 Stille. 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 Hast du dir erzählt, dass ich morgen auf der Gamevention bin? wer soll es ja ja hatte ich dir zählt ok was du dich jetzt so krass vertippt eine info die eigentlich wichtig ist mir kurz was zu trinken ich bin lustig So. So. was grünes zack im bäschhafen danach erwartest du bitte zu hause lange bis sie wieder sie geht einfach woanders hermann feuer party es ist sowieso hin hast du mich verstanden eben kommt in dem moment der große bruder durch vorbei seinem blick das jämster wirkt ach du scheiße also bitte jetzt wird er nicht ausfällt hier naja wenn er schreibt der große bruder ja schon ein bisschen komisch und dann immer noch eine umarmung mensch die arme muss ich jetzt erst mal umarmt ist gut dann war das nächste glaube ich in vier stein mit dem komischen major die aufklärung hat versagt ja das ist immer scheiße ich spiele mit dem meister mich ja gerade die oge ein wochen mal drei und meine strategie ist immer so mit den agenten die öffentlichen armeen auszuspielen er hat das bei sich nicht gemacht und er wundert sich ständig warum dann da auf einmal drei frühstücks ankommen das sind immer ein bisschen schwierig ja die aufklänge und versagt die kundschafter sind inkompetent neuer bei mir kam sie an vielleicht können sie nicht auskundschaften was ich in der ganzen region beschwinden händler und reisende eine kleine haute nähert sich vier stein und ich überlasse vier stein nicht den wilden was meinst du das mit wilden meinst du jetzt orks wild orks wie gesagt dieser verzehrt sich ein bisschen ungenau aus tut mir leid oder er hat seine begriffe für gewisse gruppen ja ich denke mal schon dass er wegen des grünes meint sonst kannst du nachfragen nö der loter der nimmt das jetzt einfach so hin der loter ok sie nähern sich ich mache jetzt einen vorschlag ok 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 und daneben in klammern schaut sie ernst so grenzstadt diese trägt einen guten hut sowie bunte stiefel und meistens rote kleidung am körper vor allem soll das hier mit einem vampir zusammenarbeiten und das stammt aus wissenland möchte ich meinen namen erfahren ein kriegst du die hexenjäger heißt heinrich und kommt aus der ostmark und ihm wurde ebenfalls zugetragen dass in grenzstadt ein vampir hausen soll auch ja was für ein zufrieden ja ja also ich will euch jetzt nicht alle auf die folter spannen also der wohlfahrt er hat einen bruder der hexenjäger ist und der heißt auch einrich und ralf trifft jetzt gerade dem bruder vom wohlfahrt also spiel spielt mit dem bruder von caesar und kann man das aussagen vor allem spiel hallo ich muss erst mal diesen treffen mit der schwester holen das klingt jetzt eher so als würde der charakter am anderen ufer schwimmen es wäre so das unangeneh treffe nach dem motto man sieht man guckt sich an aber möchte eigentlich nicht drüber sprechen das wäre das Ich würde mein Bestes tun, aber ja, Gold sammeln und ich würde sie in den Arm nehmen. Das wird schon wieder bekämpft. Ah, jetzt nimmt er sie doch in den Armen. Mensch, das hätte ich jetzt nicht mehr erwartet. Ich glaube, ihr betrieb den auf den Hüben, bevor sie losgehen will. Hier ist noch die Göttin der Heilung. Ach ja, Schalja, ne? Ja, Schalja. Major Heinrich, endlich jemand mitverstanden. Verstand, ja, also logisch, ne? Also der Lot, der hat natürlich viel Erfahrung mit seinen 40 Jahren. Ja, und der Major Heinrich ist so ein bisschen der, ja, etwas wüsste Offizier. Äh, ich mach dann jetzt mal ne Erkundung, ne? Ja. Eröffne ich mal die Map. Ja, hier im Stream, ihr seht das leider die Map nicht. Ich muss das mal das nächste Mal ändern, wenn ihr die Map auch sehen könnt. Jetzt muss ich erstmal vier Steinen und Siegfriedhof wieder finden. Oh, jetzt bin ich hinter der Wegland. Ach da. Das ist südlich von Mordheim. Ja, bei Kiel. Bei Kiel in der Wohrheimer Welt. Ah ja. Das ist Greifswald oder Greifswald? Greifswald. Greifswald. Also ich kenn das unter dem Namen Greifenwald. Ja, ich hab's jetzt Greifswald genannt. Aber ja, wir wissen ja, was gemeint ist. Also ist eigentlich jetzt nicht so wichtig. Hangerhut, das ist der, äh, Hungerwald, verstehe ich das richtig, ne? Hangerhut, Hungerwald, ne? Ja. Naja, Mordheim brauche ich nicht erkunden. Na dann, äh... Willst du da nicht rein? Nein. Wieso eh ich meine Kundschaft da? Aber was ist das denn da? Moor? Das ist irgendwie so ein Moor. Moor, Moor, Moor. Und wie heißt der Sie? Svazi. Svazi, ja. Was? Das? Eschen... Eschensteer. Ah, okay. Eschensteer? Ach so. Ach so, das ist... Eschensteer ist ein Sumpf. Ah, okay. Okay, ähm... Also Lothar... Ich muss jetzt mal gucken, was ich alles erkunden lasse. Svazi... 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 Medischensteer... Morphen... das klingt mal so morfen klingelt wie so eine Sompfiger Garten des Moor ja schon die nicht nur ein Muster noch oder hier Kassel Tempelhof ich glaube nicht dass da grün heute sein werden oder irgendwas anderes wildes Maurice ja ist der Ort Moriste Moriste Königstein und den Königstein Turm so dann wir so ein bisschen schneller gehen schreibe ich dass die Kundschaft sich aufteilen ja also nicht nicht alle immer nur zu einem Ort sondern damit das ein bisschen schneller geht ja jo passt lasse ich sie alle aufteilen das ist zwar unsicherer aber geht schneller im Moment weil wie die Berichte waren kommen die halt hierher und deswegen muss es ein bisschen schneller gehen ich war jetzt nur ein paar Minuten haben wir so lange auch nicht Wolle da ist willkommen wir spielen wo haben wir Rollenspiel so Bewegungen da hat sich der Caesar du hast geschrieben Johannes Böhm du hast doch Wohlfahrt Böhm in der Bewegung ich glaube das musst du ändern du das ist ja du hast dich auch immer umbenannt er hat zwei Persönlichkeiten ja bei Bechhafen ist der Dialog und du hast dich ja eh schon bewegt ja wir machen das ganze über die Teamgruppe genau und wenn wir zusammenarbeiten reicht jeder sein Ziel und Grenzstadt ist etwas sicherer ja der Ralf der macht das ganz geschickt ne der will sich dem Hexenjäger jetzt natürlich anschließen Hauptsache er kriegt das Gold schneller ne ja Rona oh der Hexenjäger weiß Moment hattest du schon deinen Namenpreis gegeben da muss ich jetzt erstmal nachgucken ach doch ja da bist du schon ok ich hätte mit offenen Karten gespielt sehr weise gegenüber einem Hexenjäger ja ne ich bin nicht so heiß darauf wegen Hiresie gerichtet zu werden ich wollte jetzt gerade schreiben wo habt ihr bisher gesucht aber ich ändere das jetzt hin und und wo habt ihr bisher gesucht also immer so ein bisschen misstrauen mit bei weißt schreibt dazu noch in Klammern schaut misstrauisch ja also wir machen hier wollen wir mal Rollplay über die Teamgruppe und die Gefechte das machen wir alles über Tuttle War Warmer tief in den Wald und er hat das angekommen und den Abschied von seiner Schwester und seinem kurzen Dialog über die Schwester so macht sich wohl direkt auf den Weg in den Greifenwald wo er so gleich den direkten Part hinein nimmt und beginnt er nun seine Suche auf irgendwelche Hinweise an die jüngste Schwester zu finden dann sehen wir auf den Weg wir mal mit dem in den stein und dem siehre schon machen klicken jürgen klicken 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 das fängt jetzt erst mal an zugegeben das spiel heißt jetzt suchen oder fluchen ich habe sie so nicht gemütet dieser ist mal aktiv und dann sagt er wieder eine zeit lang gar nichts mehr das ist normal bei ihm wenn er was ist wenn er was zu meckern hat dann sagt er schon was aber ich muss ehrlich sagen er hat sich in diesem ganzen roleplay setting hat er sich sehr verbessert ja also früher war er nicht so kreativ jetzt hat es sich enorm verbessert hat über die jahre doch viel roleplay weiter gemacht und für mich ist das im moment so als würde ich mit einem anderen hier spielen aber es ist auf jeden fall sehr positiv der bericht ist da war sie auch klar gesichtet es ist hier keine besonderheiten und morfen keine besonderheiten richten heimort weiß orks belagern den ort nun ist das selten und banditen bekämpfen sich nur von mir aus von mir wenn ich steigen keine besonderheit nicht schon darum gerne besonderheiten das wird noch um banditen ja ich meine ich interessieren nämlich gerade sehr wenig richtig ich bin jäger hauptmann von zeerland und ich muss ich bin für die sicherheit hier also sicherheit der bürger steht an erster stelle ja der gute lothar der ist sehr stolz auf seine heimat und sonst habe ich ja auch geschrieben aus heimat wo heimat bei heimat der lothar kettler der ist sehr stolz auf sein stil und das ist ein stolzer ja und der ralph der mag eigentlich nullen gar nicht weil weil nüllen so korrupt ist bei mir gibt es nur eine unumschlussliche nummero eins aber das ist glaube ich immer noch da hat sich nichts daran geändert und wenn nun zugefüllt 80 prozent nur aus fabriken besteht und alles schwarz ist das kann ich das kopieren und dann dem major irgendwie vorlegen so ja gut wie soll diese blöden nachrichten so nach einiger zeit die blute dem major den bericht schriftlich vor die blute dem major erwartet den befehl und die reaktion ab des majors jetzt bin ich mal gespannt was jetzt sein plan ist um die grünen heute zu vertreiben so wie ich den typen einschätzen würde hat ist er glaube ich ein grad niger kommandeur ja ich würde angreifen aber ich bin ich aber ich bin ich lothar und ich bin noch nicht der major aber ich bin das mit dem angriff gar nicht so dumm weil der eine ort wird ja belagert genau ja wobei vielleicht können die sich hier noch ein bisschen halten und dann könnte man sich erst mal um das lager kümmern ja aber ich bin halt untergeordnet ich muss das zu machen was sehr major jetzt befiehlt brüchte ich music man mit ihm sein ich 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 wir sind hier in der kategorie war immer die einzigen die hier so was du ihm aber ich wusste jetzt nicht in was für eine kategorie ich sonst gehen soll mit sowas ich kann jetzt nicht in toto wo immer zwei reinge sind die gefechte zu wenig war ist und dann beiden kategorien gibt es zuschauer so da ist es wieder grün man kommt in grenzstadt bin gerade erst angekommen und wollte mich jetzt im westen der stadt umsehen gerade die öffentlichen orte wie denken richtig aussehende gebäude die games tag ich konnte was habe ich falsch geschreien so so der hexenjäger heinrich der war bereits in der bibliothek konnte da auch nichts entdecken tja so was ist er wohl verdenklichen wir gehen weiter immerhin hat er erst angefangen zu suchen in seiner hand hätte dabei sein wird knarf es auch in der schwerte steckt so viel hat es sich hin verschlagen er sucht nach irgendwelchen hinweisen sowohl am boden als auch in die nächsten haben wir sind ja ich sehe es macht nichts oder ständchen hat sich ja wieder ein geschlägen schreibt man nämlich bei zwei ständige vorne und hinten kursiv deswegen bei zwei ständige vorneweg der in einen Stoffhitzen, der rosa ist. Okay. Dann such mal weiter. Du bist so gemein. Gib mir auch keine Hinweise oder sowas. Also irgendwann ist auch mein Latein am Ende, was ich schreiben kann. Also du hast zwei Hinweise bekommen von mir. In der jetzigen Nachricht oder in der alten? Nee, noch in der Ankündigung, wo du im Bechhafen warst. Und zwar einmal das mit dem rosa Kleid und einmal das mit der gelben Haarschleife. Ja, aber solange ich danach suche und nichts finde, bringt mir das ja auch nichts. Ja, deswegen habe ich jetzt ja gerade was geantwortet, was dir weiterhilft. So, was will denn der Major Heinrich noch wieder? Nur in Anbetracht der Tatsache, dass die Grün heute sich schon hier einnissen wollen, zerstören wir jetzt das Lager. Der Erdlichenheim muss erstmal durchhalten. Jo, hätte ich anders gemacht, aber okay. Ich habe ja auch nichts zu melden. Ja, wie gesagt, dieser Major ist ein echt ziemlich geradliniger Befehlssorber. Man kann ihn so ein bisschen als den Durchschnitt des imperialen Kommandeurs sehen. Er ist nicht besonders innovativ, aber auch nicht schlechter, so ein Mittelding. Ich schreibe erstmal Lothar runzelt die Stirn. Und dann, äh, dann sollten wir aufbrechen. Ach, machte man eine Befehl zur Weigerung? Ne, ich mache keine Befehl zur Weigerung. Wozu willst du mich denn jetzt schon wieder anstiften? Also, jetzt gibst du mir hier den Alkohol, weißt du? Also, die Schlange war noch nicht da. Ja, die fehlt jetzt auch noch. Ich bin gerade überlegen. Ich schreibe gerade, dann sollten wir aufbrechen. Ich würde jetzt gerne noch irgendeinen religiösen Bezug von Thal mit reinnehmen. Ich wollte jetzt schreiben, ehe Thal uns verlässt, aber warum sollte er sich verlassen? Das ist Schwachsinn. Ja, das ist ein Punkt. Ich schreibe einfach danach, möge Thal uns begleiten. Ich weiß gar nicht, hatten wir bei den militärischen Offizieren eigentlich so Einheitenlimits gesetzt, bei den verschiedenen Offiziersringen? Im Imperium nicht, nein. Das hatten wir so immer ganz gut gehandhabt, bei dem Söldner haben wir das gemacht und bei dem Zwerg. Weil irgendwann war mal eine Situation, da hatte der gute Widdick voll die ganze volle Armee und ist damit ständig umarschiert. Ja, stimmt. Mit einer Zwergenhorde. Richtig, ja. Und die Zwerge bleiben ja eher in den Wehrstätten, hatten wir das irgendwann mal eingeführt, dass man da nicht mehr mit so einer Zwergenarmee rumrennt. Na gut, es sei denn natürlich, man kommt irgendwie zur Hilfe oder so, es gibt einen Grund, dann ist es natürlich normal, ja. Aber jetzt nicht die ganze Zeit. Klar. Die wollen ja auch mal ein bisschen Bier trinken und in den Minen arbeiten. Richtig. Geld. Gold. Und Goldschäffeln. Obwohl auch Diamanten. Vielleicht gibt es eine Spur, gehen wir. Geht mit rein und nicht zur Schinkel. Okay. Äh. Äh. Ich denke, es ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Ich denke, es ist zunächst nichts Ungewöhnliches. Hm. 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 Ja, ich habe mal einen Händler. Ja, ich habe mal einen Händler sofort. Nee, ne? Kann ja auch ein anderer sein. Einen Händler geht man nicht sofort. Ist ja, ne, ist auffällig gekleidet. Ist auch nicht nämlich niemals anderes. Ein Künstler. Okay. Keine Ahnung. Ich denke, bei dem Kleidungsstil mit dem Imperium kann man viele Berufsgruppen mit. Auffälliger Kleidung finden. Ja. Zwerg? Den Zwerg nehmen wir ein anderem Mal. Wir haben jetzt den Künstler genommen. Das sind die besten Künstler, Künstler, die in der Schenke sind und besoffen sind. Das ist die besten Künstler, die in der Schenke sind. Nachdem sie am Ast scheinbar hängen geblieben ist. Klammerchen. Jetzt vergesse ich die Klammer. Nee, er bleibt ja stehen. Nachdem ja noch weiterem Suchen umschauen. Klammerchen. Klammerchen. ... jetzt diese was hätte ich noch mal geschrieben gelbe gelbe schleife hat eine gelbe hauschaft okay so dialog beendet bekomme ich eine größere schlacht oder ach nee ich muss mich ja bewegen dachte schon also nach lichenheim ok das ist ja nicht weit weg ich schreibe einfach loto und der major nach lichtenheim mit dem regimen dann passt passt ok und bin auf dem weg um die grünen zu vertreiben wunderbar man ja nicht wahrsteigen ein bod nein ich möchte keine voller kaufen dankeschön damit diese bots was soll ich denn ankündigen ich lasse es mal ziemlich offen also einfach nur dass ich den orte reiche und ja genau eigentlich muss sogar nicht schreiben weil mir ok gut ist schon eine schlacht also ich verstehe schon beim rote major aufmerksam und sind fest entschlossen die grünen heute zu vertreiben die jäger bieten zu tal und zu sigma auf dass sie siegen werden genau das wollte ich noch dazu schreiben die moral ist sehr gut aber das darf ich nicht schreiben das soll müsstest du schreiben ich habe angekündigt wunderbar die schweife in die hand und sieht sich genauer vielleicht gibt es daran bei trennen weise ansonsten würde den blick heben und sich noch mal umsehen ok in einer weiteren entfernung auch so zum ausgetreten genau zum grün 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 sind alle kästchen ja es guckt den künstler unauffällig an und besonders auf die kleidung und riecht etwas leiser merkwürdig hier drin unter umständen der information naja menschen ihre schenke oder gast ist halt schon komisch kann aber mal vorkommen oder der vierte vierte den fehler gemacht er hat keinen buch gekauft er hat keinen buchmanns xxxxxx ich muss das jetzt mal was als admin einladen ja 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 Hat hier einer ein Video an? Nee. Oder es ist Fernsehen. Keine Ahnung, bin ich. Und die beiden gehen zum Künstler hin. So, du spielst ja mit den normalen Imperiumsfraktionen, oder? Ja. Richtig. Ja, sicher doch. Ja. Hier hat auch nichts anderes erwartet beim Hexenjäger. Richtig. Weil ich kann mit dem Hexenjäger jetzt nicht einfach schreiben. Verzeihung. Ja. Genau. Sondern der sagt jetzt einfach, wir haben ein paar Fragen. Ja. Genau. So, der liebe Hammer hier humpelt, kriegt er einen Schlachtross. Okay. Ja, Reitiere sind dem guten Wohlfahrt zu teuer. Also da geht er lieber ein paar Mal ins Bordell. Ja. 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 Die Musik ist entspannt. Oh, da habe ich ganz verschiedene Quellen. wie hieß die seite ich glaube das war tabletop audio zum beispiel kann das sein soja tabletop audio.com habe ich musik her ich habe von warmer quest habe ich musik hier von warmer moment zwei und eins habe ich musik eingefügt also ziemlich bunte palette auf tabletop audio findet man so was gerade läuft sehr viel da gibt es auch extra bereich fantasy im play ist nie aber ich könnte dir das schicken musste mich aber ein anderer mann dran erinnern schau es einfach mal auf tabletop audio und dann bei fantasy wie gesagt da findest du sehr viel was da hier so passt beantwortet bei schieser und was hast du bei liebsten lichtenheim ehrlichen heim gepostet ich will schlacht folgt ach du musst mir jetzt wirklich etwas größere erstellen ja krass okay ja die sonne würde ich sagen ja okay habe ich jetzt nicht mit gerechnet exakt ja 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 Das ist ja mal smart. Äh, Cesar? Hä? Ich meine mit deinem Video. Warum auch immer. Hast du die, äh, Sensibilität? Esser? Äh, ja. Ja, im Moment schon. Ich hab's leider gemacht. Äh. Ich hab's leider gemacht. Ich hab's leider gemacht. Und ich hab's leider gemacht. tief in dem wald ja nicht erstaunt wenn das gerade passiert ist aber nicht einordnen was bei siegner ist hier auf einmal los dabei wollte ich nur noch so viel sehen noch andere hinweise zu finden oh Wie beschreibe ich das denn jetzt am besten? Der Peser zerstört glaube ich gerade meine Schlacht. Ja genau. Fliegen grüne Boys. Ok, da du nicht geschrieben hast bei meinem Dialog, dass der eine verdächtige Kleidung trägt, ist er das nicht. Schade. Richtig. Richtig. Ja der Künstler der weiß gar nicht was abgeht. Das ist mir sowas von egal. Ja auf einmal setzten sich da bei ihm ein Kopfgelder hin, also der ist völlig perplex, der weiß gar nicht was los ist. Ach der freut sich, das ist ein Familienbesuch. Ja dann gib ihm wenigstens ein Bier aus. Alles klar. Er hat ein Tiermensch? Ne, ein Tiermensch ist es nicht. Naja ich kann es nicht einordnen. Ein Tiermensch hätte, also ein Schamane hätte es auch sein können ja, hast recht. Deswegen war ich auch eher zögerlich reagiert. Ja ich glaube du hast dir schon ein bisschen in die Hose gemacht. Naja, wer würde es von einem Tiermensch alleine nicht in die Hose machen. Ich. Ja natürlich. Ja natürlich. So ein gehörendes Vieh, das spitze Zähne hat, der dann das Fleisch von den Knochen riss, wenn es Hunger hat. Also. Obwohl die ja mal nicht unbewohnt war. Ne, ich meinte jetzt beim Schamanen. Ja, es betrug sich aber jetzt auf den Tiermensch. Bei mir. Ne. Wer. Wer ich nun. Mh. Mh. Gestalt. Nee, ach, würde der fragen, ist das Mädchen oder die junge Frau, nee, die ist ja schon über 20, so ist du die, so ist du die junge Frau, schreibe ich. Was kommt da jetzt wieder, oh Gott, nein, bitte, jetzt fangst du wieder an, komisch, ich denke, nein, aus, der soll jetzt, nein, ich mach doch gar nix, ich bin brav. Ich hab nur das bisschen wie angeboten in der Kneipe. Wir ein Deal, ein Bier, ach so ein Bier. Kennen Sie einmal mit roter Kleidung und haben Sie etwas Verdächtiges zuletzt bemerkt? Der Künstler stellt sich erst mal dumm. Das ist schon mehr als verdächtig. Inwiefern? So, ich muss jetzt hier mit dem Heiligen ein bisschen Druck machen. Sehr gut, der Hexenjäger. Ähm. Wie soll ich das beschreiben? Mensch, der Magie hatte ich noch nie. Richtig. Aber an so einem Ort auch nicht ungewöhnlich. Ja, die haben ja auch selber greifen. Ich weiß. Das sind uns die einzigsten Magie im Imperium, die greifen haben. Ich meine, Todesklaro ist ja sowieso ein Pfeil für sich, so ein Pfeil Franz, aber vielleicht liegt es einfach in der Verbindung zu den Tieren. Das ist ja immer wieder. muss ich ein bisschen mehr schreiben ja also der künstler der ist noch völlig benutzt ja der weiß noch gar nicht was da gerade abgeht so tief in den wald weg nur noch etwas beruhigend und entspannt sich hier das ist meine schwester sollte zwei tagen verschwunden sein weshalb ich nun auf der suche nach ihr bin eine solide antwort ja 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 jetzt muss ich kurz einmal nachgucken ja 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 so hat der bernstein mal geht er will jetzt jetzt sich mit ihm versteckt und der künstler ist immer noch verdettet ich habe sogar in schlachten aber nicht wie man bekommt ja das ist das mal machen und da warst du eben glaube ich ich hatte doch gesagt dass die kommandanten also unsere charaktere die haben gleich zu beginn alle fähigkeiten nur die helden begleiter nicht mehr die fähigkeiten waren nicht davon beeinflusst weil ich weiß meine ich ja unsere charaktere die haben gleich alle fähigkeiten von anfang an genau ja nur von den hellen begleitern muss man die frei scheißen echt das hatten wir immer so wo wir das eingeführt hatten das mit da werden wir das jetzt genannt genau erfahrung der helden begleiter was grün ist ich brauche war mal zwei ist gerade nicht so recht was der magier von ihm will aber nähe zu ihm gehen was genau hat er vor was ist mit dem stimmt zu tun also bis jetzt noch nicht zu ihm gegangen ok jetzt muss schon gerade schnell schnell schreiben aber das wird ins gäbe sagen man schnell 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 ich schreibe beeil dich winkt ihn zu sich und so langsam komme ich wirklich wieder rein ist ja unglaublich so wie ich sehe du hast du schon einiges eingefügt aber die verteidiger fehlen noch 60 erfahrung würde ich kriegen sie benötigt ja die h3 kontinuieres und dann noch das game over dürfte aber nicht zu schwer sein also ich bin in den letzten jahren jetzt sehr sehr schnell geworden und ich sage nur über 6000 stunden also du kannst das ruhig bei mir eigentlich sogar noch schwerer machen ja ich will jetzt mal ein bisschen ausprobieren wie das überhaupt noch war und dann gucken wir mal da fällt es nicht ok das vielleicht jetzt nicht wenn du mal wie schließlich zu ihm und würde warten was passiert was hat es genau damit auf sich versuchte Dabei nun irgendwas zu erkennen. Ah, okay. Wie noch in einem Busch? Oh, nicht mehr versteckt. Versteckt. Okay, der will irgendwie nicht mehr als ein Screenshot hier abspeichern. Meinst du eine Ankündigung? Ja. Dann schreibst du es einfach so rein. Uns. Ja. In der Lichtung, wo ich. Shhh. ja so csa bin ich jetzt mal gespannt wie du darauf reagierst so ich und ich 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 Um, 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 um. Um, 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 um vielleicht solltest du den hexenjäger ein bisschen zurückhalten damit überhaupt was sagt ich habe schon plan ist gut okay doch etwas nachdenklich wieso müssen das ausgerechnet vampire sein ich habe genau jetzt nicht meine männer dabei sein schwert wird wieder stärker und fokussiert die beiden vampire genau die vampire sind schon eine andere hausnummer ja also alleine mit dem jen und dem magia verhält das mit sich bestimmt nicht packen weil die beiden sicher wieder hochhehlen richtig soldaten wäre das vielleicht noch ein bisschen was anderes aber ist schon schlau dass du nicht eingreifst das wäre nämlich dein ende weiß wie gut vampire sind das musst du mir nicht sagen dafür haben viele kampagnen gespielt ich weiß ungefähr wie die werten herren ticken so Das ist meine Lieblingsgeschichte. Heute machen wir etwas sehr leckeres daraus, denn wir machen heute einen Kartoffelsalat. Ja, wir machen Kartoffelsalat mit Pickardecke. Kartoffelsalat. Oh, da bekommt man die Hunger. Aber ich mag lieber den mit Essig. Hier ist gar kein Kartoffelsalat. Und jetzt? Dann bist du ein böse Mensch. Nein, dann würden einige sagen, dann bist du ein kulinarisches Unglück. So, so. Bin ich für lange, Alter. 25 Jahre. Oh, okay. Der wird sich dann auch nichts mehr dran ändern. Das ist nicht Donut. Fällt man das? Was? Ist es Donut? Bei dir? Nee. Nee. Ich hab Fenster nämlich auf, das ist mir sonst so warm. Ich höre hier nur etwas plätschern. Und jetzt ein Pferd. Toll. So, ich muss ein bisschen mehr schreiben. So, ich muss jetzt gleich mal Schluss machen. Kein Problem. Wir haben aber auch echt lange durchgezogen, also hätte ich nicht erwartet. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, ich glaube, wenn jemand mit drin ist, dann kann man auch nicht irgendwie aufhören. Nee? Okay. Oder ist es zumindest schwer irgendwie, weil die Zeit recht schnell vergeht. Oh, okay. Nee, ich bin aber gleich weg. Da fehlt noch eins. Oh, jetzt darf ich ja hinterherlaufen. Wir sind in der Luft, du kannst nicht hinterherlaufen. Oh, nö, ey, jetzt darf ich ja wieder hinterherrennen. So. Da muss ich jetzt ein bisschen mehr schreiben, das war jetzt ein bisschen komplizierter. Naja, du bist ja noch versteckt, du kannst ja noch weiter belauschen oder du machst einfach irgendwas anderes, aber jetzt kann ich dir nicht empfehlen. Noch bist du versteckt. Ne, zwei Vampire ist ein bisschen zu viel. Ralf spricht Heinrich an. Ralf gibt unserem Freund etwas Ruhe, er wird schon reden. Er wendet sich an den Künstler. Wir können das auf zwei Arten lösen. Die Amt der Methode wäre... Wie wäre es mit einem B? Nee, nicht Ö, sondern L. Der arme Künstler, der zittert jetzt ein bisschen. Niemand möchte nicht in seiner Haut stecken. Aber er zeigt sich jetzt ein bisschen kooperationsbereit. So, du hast sowas für mich angekündigt. Was haben wir denn hier? Da. Ein Orkboss, sechs Orkboys, drei Goblins, vier Goblinbogen schützen. Ja. Ist ja nur ein Spähtrupp. Ach, der Major, der hat ja doch so viel mit. Ich dachte, der hat nur ein Regiment. Er hat auch noch aus anderen Orten was ansemmeln müssen. Und der hat im Schlacht raus. Genau. Ist das Bergwasser? Ja, ne? Äh, ja. Ach nee, Blauwasser. Okay, MS Blauwasser. Ja, die Map kenne ich. Die Map kenne ich. Ja, die Map kenne ich. Ich werde mich nicht mehr überlegen. Diese schwachen Menschen, diese schwachen Menschen, sehr ebliche. So, gut. Das war meine letzte Antwort für heute und dann bin ich auch erst mal raus. Gut, dann werde ich... Cesar, das ist jetzt auch mein letzter Dialog. Ich mache dann jetzt noch die Schlacht und dann bin ich hier auch durch. Und ja, wollt ihr jetzt schon sagen, wenn ihr wieder könnt oder wollen wir das in den Kommentaren schreiben? Schreiben wir nochmal rein. Also weißt du, welche Kommentare ich meine in der Gruppe? Ja, genau. Und dann können wir ja wieder neue Zeit abmachen. Ne, war für eine gute Aktion, aber ich muss echt morgen noch arbeiten. Kein Problem. Das wird am besten zu spät. Wir haben jetzt schon... Guck mal, wir haben jetzt... 4 Stunden und 40 Minuten haben wir jetzt gleich gemacht. Also es war schon länger, als ich gedacht habe. Ich mache jetzt hier noch die Schlacht. Sie braucht gar nichts anderes mehr streamen, ja. Ja. Dann noch viel Spaß, ne? Und dann hört man sich beim nächsten auf jeden Fall. Jo. Gerne. Beschreiben. Richtig. Beschreiben. Jo. Ich mache dann jetzt noch die Schlacht, die es mir gegeben hat. Und dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Ja, war auf jeden Fall sehr cool. Lass mal sehen mal gucken, wenn ich 2 starte. Ja, der soll noch auf Antworten oder soll ich jetzt warten? Mach wie du denkst, du kannst auch antworten, aber ich antworte nicht mehr. Kannst du ruhig noch machen. Ja, ich mache das jedes Mal. Ich weiß ja, dass ich zuletzt, dass du zuletzt geantwortet hast. Okay. Dann kriegst du nämlich die Nachricht dann ruhig rein. Dann muss ich den Neur Exxon wieder rauskramen. Jo. Ja, dann bin ich jetzt auch erstmal weg. Jo. Viel Spaß. Äh, guten Abend noch. Jo. Also ich will jetzt nicht mehr. Ich muss morgen arbeiten. Alles klar. Dann schreib, beziehungsweise hört man sich mal wieder. Jo. Dann tsch, tschau. Tschaui. So, seht ihr jetzt das ganze Roleplay gedöhnt? Nein, dann mache ich jetzt hier noch meine Roleplay Schlacht. Mal sehen, ob ich die überhaupt schaffe, was Pelsus mir da gegeben hat. Quatsch. Quatsch. Quatsch, habe ich hier zwei Sounds, die sich überlappen. So, ein Moment. Kann ich das Fenster kurz hier machen? Ja. Mal sehen, ob ich das hinkriege, was Pelsus mir da gegeben hat. Also wir haben Team Map Blauwasser. In Stirland haben wir zweimal Reikland nehmen wir da, beziehungsweise Imperium. Dann haben wir den Lothar Kettler. Und wo ist Jäger General? Da. Gegenstände habe ich keine. Und ein Regimentjäger. Ach ja, ich kann die anderen ja gar nicht spielen, weil die muss die KI spielen. Oh Mann. Ja, viel kann ich da dann ja gar nicht machen. Wenn ich die nicht schaffe, dann muss mir Pelsus oder Cäsar beim nächsten Mal helfen. Aber wir schauen mal, vielleicht schaffe ich das ja auch mit der KI. Dann machen wir erst mal die Grünen heute. So viele Fraktionen inzwischen. Ich bin noch da, alles klar. Oh Gott, Boss. Und sechs Mal Ogg Boys. Und dreimal Goblins. Und dreimal Goblins. Und dreimal Goblins. Und dreimal Goblins. Bogen geschützten. So, der Major hat ein Schlachtfoss hat er gesagt. ich will jetzt mal den screen hier aufmachen dann zweimal spielträger mitspielt viermal schwertkämpfer zweimal um schützen einmal miliz und einmal grünen heute sind verteidigung let's do it ja mit einem jägerregiment und dann kann man dann kann ich da mal ich musste gucken ich muss irgendwie der kai einfach am besten helfen ich habe ja vor und aufstellung wenn ich das richtig in erinnerung habe mit den beiden ja habe ich sehr gut ich lasse sie lieber zusammen versteckt bereich und verbindet den reichweite aus und verbindet den reichweiten und verbindet den reichweiten ich kann nicht können heute ein bisschen vorher bearbeiten und verbindet den reichweiten aber dieses öl drang braucht er aber ganz schön lange meine freizeit und durch die mal jetzt der mörser voll rein und der major kassiert aber ich glaube der wird zu mir den mark aktiviert warum ist der orc boss denn so schnell der holt mich ja ein ist ja viel steller als mein kommandant es wird wohl nichts mehr haben wohl jetzt bleibt ein mensch beträgern zum glück hängen das war knapp Loaded, sir! Green skinned scum! Quick march! Yes! The Empire endures! Huntsman! We will kill them all! Weapons at the ready! For the Twintail Comet! Huntsman! Very well! Take him! Huntsman! Taking aim! All caught! Make it grow! Huntsman! Ah, der wird ganz gut verfolgt! Mordem! Die Möse an einem Battlingfeier! Hunde den mal! Missiles will fly! Sieht's da drüben aus! Nicht so gut! Ah, der Major lebt noch! Noch einen Schuss! Dann ist der Boss down! Mordem! Ja, da ist er Platz! Ready to fire! Huntsman! Sieht's! 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 Also ich weiß nicht, aber die Möse sollten sich lieber mal umdrehen! Floyd's! Sieht's! thumbing! Atmen! Gott summier! Sind sie Què? Soصjest du um! Das ist er山weit! Hnh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht gut aus Ich habe keinen Jäger verloren Ich wäre allerdings fast drauf gegangen, weil du auch kurz so schnell war Aber gut, gewonnen ist gewonnen Und noch ein Screeny Screeny gemacht Und der Körbe wieder raus Das war doch spannend Da bin ich fast drauf gegangen War recht eng, ja Aber geschafft So, wie lebt man jetzt nochmal den Screenshot hoch? Moment Ich glaube, ich weiß wieder Genau Da habe ich jetzt den Link nicht Aber Aktivität Aktivität Was ist das? Ich finde das dann verkündige ich mal meinen sieg da wo ist vor der mauer mutter und seine jäger hat er überhaupt überlebt der major ja ganz knapp wahrlich mit ihnen noch einigen treffern von lothar auf ihn aufmerksam geworden das ist genauso wie mit dem zweiten technikus wenn ich mit zwei mit dem zweiten technikus und die gelingen aus holen und auf dem bus schießt und gehen die auch immer auf mich auf ihn aufmerksam wurden mutter los und der rand um sein leben also und gegen uns der axt ist ja nicht mehr gelogen am schließen gelang ist die grün heute geschuss zu leben den sieg sichern und ist aber fängt sich wieder so gut ach so ja was habe ich dann bekommen 25 g und 60 und 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 schon 110 seiten 60 erfahrung und dort damit wäre ich fertig und da haben wir ja im imperium sehr viele möglichkeiten ja wir können uns ja auch im orden anschließen oder in der gilde und so weiter ich glaube ich werde mich jetzt mal nirgends wo zusätzlich engagieren ich glaube ich bleibe es war nur bei der haupt story warum nicht ja vielleicht mache ich das auch irgendwann später ich weiß nicht was zu dem luther kettler passen würde vielleicht ein assassin rang oder und das wird auch gehen aber ich glaube sowas wie in irgendeinem orden oder engen tempel orden das würde glaube ich nicht zu ihm passen um mugler meister die bja eventuell aber ein titel glaube ich nicht mal sehen jetzt kannst du schon was man das ist ein ehrgeiziges und langes ziel dass sie dir hier viel vorgenommen die verfahren brauchst du dafür was brauchst du dafür noch mal warte mal schau mal doch 10.500 nur mit sägen des kaisers karl franz wenn der kurve ist dass sie ja in der kurve ist in der hält es ist er ja nicht in ausmark start rp haben wir ja schon mal gemacht starten rp klar warum nicht ich glaube für mich wäre assassin oder irgendwas mit einer gilde irgendwas das richtige so nie der würde sich nicht irgendwie dem blauen oder norden anschließen kann ich mir nicht vorstellen dass er das machen würde es wird irgendwie nicht zu dem passen dieb und schmuggler passt eigentlich auch nicht weil er ist sehr stolz auf seine heimat ich glaube nicht dass der dann irgendwie da in diesem bereich aktiv werden würde als titel ja vielleicht mache ich das doch irgendwann mal sehen ich weiß es noch nicht aus osman kann man viel machen ja aber ist natürlich genau eine grenze da ist immer was zu tun die zwerge in kirkungur sind aber belagert können nur bedingt helfen wobei kein drin kann helfen die wenn ihr nicht belagert ist leer ja gut kisliv kann auch helfen ja gab es noch nicht auch irgendwo waldelfen nördlich vom bechhafen in so einem wald gab es auch irgendwelche waldelfen dem wald der schatten oder schatten wald besser gesagt ich meine da gab es waldelfen aber nur ganz wenig das ist nicht irgendwie das habe ich dann mal gelesen und da war es im greifen wald irgendwo im unteren bei irgendeinem wald und dann glaube ich waldelfen aber nur ganz wenige die ich möchte mal schluss ich bedanke mich für das zahlreiche zuschauen und denn sehen wir uns denke ich heute wieder ich weiß aber nicht wann heute weil ich bin auf der game menschen dies bei mir nur münster und ich habe keine ahnung wann ich wieder zu hause sein werde kann ich nicht sagen und dann wünsche ich euch eine gute nacht bis später denke ich mal ja 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018